Mein Spacestar hatte kein Drehzeitmesser. Ja, okay, der Spacestar war basically ein umgebauter Traktor. Der Spacestar war so scheiße, dass Leute, die kein Auto hatten, mich ausgelacht haben. Checkst du, was ich meine. Ich habe eine Unterhose, die ist nicht durchgeschnitten oder durchgerissen. Auf so Fetisch-Partys gibt es auch so diese Hosen, die so hinten so Netze haben am Arsch. Und so ist das. Hat der Plagg von innen dagegen gerieben? Mann, du meh. Nein. Wenn ich den Plagg reinmache, dann ziehe ich vorher die Hose aus. Herzlich willkommen zum Edel-Talk zusammen mit Dominik und Kevin. Freunde, es ist wieder soweit. Sonntag, 18 Uhr. Ihr habt pünktlich eingeschalten zu einer neuen Folge. Bro, ich weiß immer noch nicht, wie heißt es eingeschalten oder eingeschaltet. Weil das ist irgendein Brandenburg-Ding und ich habe nicht herausgefunden, was richtig ist. Ich weiß selber auch, warte mal. Ich habe eingeschaltet. Eingeschaltet, glaube ich. Ihr habt eingeschalten. Eingeschalten. Eingeschaltet? Ihr habt eingeschaltet. Ein eingeschaltetes Safe, richtig. Aber immer? Ich glaube, ja. Wenn ich jetzt sage, eine große Gruppe an Menschen hat eingeschaltet. Oder je nachdem. Wir gucken mal, wie die Folge performt. Vielleicht auch eine kleine Folge. Mindestens ein Mensch hat eingeschaltet. Eine kleine Menge. Ja, ihr ist auch scheißegal von der Herzlich willkommen zur Folge. Ich hoffe, euch geht es gut. Bro, wollen wir die rein starten mit einer neuen Rubrik, die wir beim letzten Mal unwissendlich gegründet haben. Und zwar Kevins Träume. Oh shit. Generell. Träume einfach. Ja. Ich habe neue Sachen geträumt, Bro, die mich absolut verstören, okay? Wirklich? Ja. Mir ist aufgefallen, dass ich einen Traum habe, den ich auch so einigermaßen regelmäßig habe. Oh, hast du auch so einen Wiederkehrenden. Genau. Wie bei mir das mit dem FBI und wo ich auf diesem Landgasthof bin und da mithelfen muss. Ja, genau. Ja. Und das ist mir als erstes aufgefallen, als ich es geträumt habe, da habe ich mir so gedacht, ey, warte mal, als ich dann aufgewacht bin, das habe ich doch irgendwie schon mal geträumt. Und zwar folgendes Szenario, es ist einfach in so zwei Stunden oder in so drei Stunden weiß ich, ich muss ein Stand-up-Comedian-Programm vorstellen. Der twist ist, ich habe noch gar nichts. Oh, das ist stressig, Bro. Ja, und es ist überstressig und ich bin so in dem Traum zu so Ultrafilm-Leuten gegangen, zu dir, zu meiner Mom und so, zu meiner Freundin, am Ende sogar zu Hugo und meinte so, ey, Leute, ich habe absolut nichts, was mache ich denn heute Abend? Ja. So bei diesem Stand-up-Comedian-Programm, ich weiß nicht, was ich machen soll. Weißt du, wie viele Leute bei dem Auftritt sind, was ist das für ein Auftritt so? Ist das so big? Ich glaube, von der Größe her so wie unser erster Podcast live ausdrückt. So viele? Also so 200, 300. Boah, ich dachte, das ist vielleicht so in so einer Bar mit so zehn Leuten oder so. Nee, 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 so 200, 300. Oh, okay. Und das war auch so, also ich glaube, ich wusste auch so, das ist auch so Community, also das ist auch wichtig für so, ich darf das jetzt, das sind jetzt nicht 200 Leute, die random sind und nunfalls verkacke ich halt. Ja. Und das waren so Leute, die haben sich ein Ticket dafür gekauft. Bro, das ist so. Extra für mich, tschaust du? Das stresst mich jetzt schon. Ja, genau. Oh mein Gott. Und dann habe ich so alle Leute so gesagt, ey, Leute, ich muss irgendwie titchen, ich muss irgendwas machen, damit ich das nicht machen muss heute. Und alle so, nein, nein, wollten wir so Mut zusprechen. Du kriegst es schon hin. Ja. Weil alle, also es kam so rüber, als würde ich den Leuten mitteilen, hey Leute, ich habe gar nichts, ich bin komplett aufgeschmissen. Und die Leute dachten einfach, ich bin aufgeregt. Und dann haben die mich so versucht zu beruhigen, weißt du, so. Nein, nein, kein Stress, du kriegst es schon hin. Bro, dann weiß ich noch, wir waren auf dem Weg zu dieser Halle und ich habe dann noch so Hugo gefragt nach den lustigsten Sachen, die er erlebt hat, damit ich die dann erzählen kann. Oh nein. Oh nein. Bro, dann bist du schon sehr verzweifelt. Wenn du irgendwie sagst, Hugo, nicht mal so, okay gut, ich meine, du kannst auch Hugo nicht nach Witzen fragen, weil dann kommt halt das mit dem Kamel-Ding da, aber wenn du sagst einfach, was hast du so Lustiges erlebt die letzte Woche, Bro, und dann stehst du auf der Bühne und erzählst so, hey Leute, mein Freund Hugo war gestern in der Kasse und da hat sich er da vorgeträngelt und du guckst in die Menge, stille, einfach nur dieses Grillzirpen. Ey, das muss so pain sein, wenn du so, wenn du so zwei, als Comedian so zwei, drei Monate da sitzt und so dein Programm schreibst, wo ich bis heute noch nicht genau weiß, wie das funktioniert. Ich würde da gerne mal jemandem zugucken, wie er sein Programm schreibt. Wir müssen unbedingt mal einen Comedian hier haben. Okay, wer wäre cool als Comedian? Fingst Lobrecht, der wird nicht kommen. Der wird nicht kommen und das ist auch Konkurrenz, Bro. Ja. Der würde NoJock, wenn der hier ist, der würde unseren Podcast übernehmen. Also wirklich, der würde das so viel geiler machen als wir, dass wir danach aufhören müssen. Ja, vielleicht, vielleicht. Teddy Comedy wäre, glaube ich, ganz fresh. Oh mein Gott, das wäre krass. Das wäre cool, glaube ich. Aber der, ja, der wird auch nicht zusagen, Bro. Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube, kein cool. Wir können so, wir können so Dieter Nur fragen. Wir können so die Leute fragen, die so gecantelt sind, so Mockridge oder so. Ja. Ja, aber da habe ich selber jetzt nicht so Mock. Also, die würden vielleicht kommen, aber das wollen wir vielleicht nicht so doll gerne dann. Ja, aber Comedian wäre interessant auf jeden Fall. Oder so Mario Barth. Bro, der Typ. Oli Bocher. Oder. Beides nicht geil. Nein, nein. Mario Barth ist straight up so ein richtiger Reichsbürger geworden. Das ist richtig krass. Was? Ja, ja. Ich habe den alles gesehen, auch zu der Corona-Zeit hat er richtig immer so, ich glaube, Instagram oder TikTok-Livestreams gemacht. Wo er immer so richtig Ansagen gemacht hat, dass er keine Maske tragen will und bla 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 und so. Cool. Und die da oben und so, weißt du? Oh Mann, Digga. Er hat ja auch diese große Steuerverschwendungsshow gemacht, wo er dann immer, so wie halt Extra-3 das manchmal macht, hat er halt dann so Fälle aufgezeigt, wo zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, da sollte in irgendeiner Stadt, sollte zum Beispiel ein neuer Radweg gebaut werden, der hätte so 100.000 Euro kosten sollen. Und es hat er halt 400.000 Euro gekostet, weil irgendwas sich geändert hat. Und dann hat er so gesagt, so, und dann wurde jeder hier, von eurem Geld, von unserem Geld, der kleine Bürger, vor allem der Typ ist Multimilliardär, weißt du, was redet der so, als würde ihm irgendwas so interessieren, ja? Der hat sein Geld doch schon lange in der Schweiz, Bruder, was redet der von Steuern? Ja, also, angeblich. Kurzrechtlich abgesichert. Der kleine Bürger, euer Geld wird hier. Ja, und dann haben die immer das Geld genommen, zum Beispiel 300.000, an so Fake-Scheinen und haben, dann war so ein großes Klo auf der Bühne und haben das dann reingeworfen und am Ende der Show wurde es runtergespült. Mann, das ist so ein richtiger, so ein richtiger RTL-Tag. Bei diesem Brainstorming waren mindestens, also waren nur 40-Jährige anstern, oder älter. Und da lag ja auch safe ein Batzen Koks in der Mitte oder so. Hey Leute, das müssen wir, wir müssen das symbolisch machen, ein Klo. Ja, das ist auf jeden Fall Mario Barth. Aber ich glaube, das ist übelst unterschiedlich, wie die so auf dem Buch zu schreiben. Ja, aber ich würde da voll gerne mal zugucken, weil ich habe letztens so einen Comedian gesehen, ich habe leider seinen Namen vergessen, es war, ich glaube, ein Chinese-Guy, der aber... Englisch oder Deutsch? Also ein Chinese-looking-Guy, der aber Amerika, also in Amerika wohnt, in der Amerikaner. Und der hat halt unfassbar gute Gags gemacht und ich dachte so, was macht... Also ich, immer wenn ich so, also jetzt nicht über den, aber... War das so ein Jüngerer? Ja. Ah ja, ich weiß nicht, was... Der hat so... Sein zweiter Name war ein O. Ja, okay. Aber ich glaube, ich weiß, wie du meinst. Ich weiß nicht, ob das irgendjemandem was bringt. Den sieht man ab und zu auf TikTok. Ja, ja, genau. Der ist smart, der ist cool. Er macht halt auch Gags über dieses, ich bin ein Asian-Guy in USA. Ja, ja, genau, genau. Das waren so die TikToks, die ich gesehen habe von dem. Ja. Und das war halt ultra funny. Und ich frage mich dann halt, also nicht nur bei dem, sondern auch bei vielen anderen Sachen. Ich habe zum Beispiel mit Henke auch bei Netflix so einen Guy geguckt. Da meinte, ich weiß leider auch gerade nicht, wie der Typ heißt, aber das war so ein Comedian und Henke hat mir dazu gesagt, das ist der erste Milliardär, der durch Comedy-Milliardär geworden ist. Ich habe leider seinen Namen gerade nicht per Wort. Weißt du, wie der aussieht? Nee, ne? Das ist so ein UK-Guy, glaube ich. Ähm, Ricky Gervais? Nee, das ist kein Milliardär. Ricky Gervais ist Milliardär? Milliardär, ne? Ricky Gervais, wo wohnt der? Und der ist er? Wo bewahrt er sein Geld auf? Ich weiß nicht genau, ob es der ist. Der macht so ein bisschen, die Gags waren alle so unfassbar drüber. Ja, alle UK-Sinnen. Da ging es so um Trends, so. Es war schon sehr funny, aber es war auch einfach sehr krass drüber. Ich glaube, es ist Ricky Gervais, ja. Ja, ich glaube schon. Auf jeden Fall, ich habe mich da einfach so gefragt, was macht das gerade lustig? Checkst du? Also so, ich habe das Gefühl, der gleiche Gag anders ausgeführt wäre null witzig. Oder weißt du? Ja. Ich habe das Gefühl, wenn ich den Gag vortragen würde, wäre der jetzt nicht witzig. Was passiert da gerade, dass das witzig ist? Du bist so wie so ein schwarzes Loch des Humors. Du saugst so allen Spaß und dich eigentlich so ein, aber es kommt nichts mehr raus. Das Gegenteil, ich war so Leute traurig. Wäre aber auch gerne, wenn du eine Show gehen würdest, wo alle versuchen zu weinen. Sad Comedian. Ja. So 100% Weingarantie. Alle kommen nach dieser Show so raus und sind so völlig fertig. Oh mein Gott, das war das Schönste jemals. Ja, das ist interesting auf jeden Fall. Ja, also weißt du, was macht man da? Und vor allen Dingen, wenn man das Programm schreibt, ich glaube, man schreibt es ja für real, für real einfach auf, oder? Und wie macht man das? Dann schreibt man dann dahin, drei Sekunden warten, komisches Geräusch machen. Nein, das haben die im Gefühl. Ja? Warum meinst du, die merken sich, dass sie jetzt drei Sekunden warten und dann ein Geräusch machen? Ich glaube schon, dass so Timing sehr wichtig ist. Ja, das haben die halt gelernt. Das musst du doch im Gefühl haben. Ich bin mir auch sicher, dass der gleiche Comedian an einem anderen Abend mit einer anderen Audience vielleicht eine längere oder kürzere Pause lässt, weil er das spürt, weil er merkt, die sind aktiver, die haben mehr Bock oder die checken es nicht so, die brauchen ein bisschen länger. Okay, meinst du, das ist eher so ein interaktiver Skill? Ja, ja, ich glaube 100%. Ich glaube, wenn du ganz halt, wenn du zu den Top 10, 50, whatever, zu den ganz krassen gehörst, dann hast du das einfach im Gefühl, was gerade jetzt für dieses Publikum auch passt. Ich glaube, dass die dann auch teilweise manche, wenn die vielleicht so ein bisschen merken, okay, sag mal, der erzählt am Abend so 30 Stories oder Gags oder so diese kleinen Bits. Ich glaube Bits nennen die das ja. Und er hat schon gemerkt, okay, anstelle drei macht er halt immer standardmäßig so ein Bits irgendwie, zum Beispiel über so ein Thema irgendwie, ja, ich bin Ausländer und lebe in den USA oder so und Kulturschock oder sowas. Und er merkt aber, hey, Digga, das kommt bei denen überhaupt nicht an. Und dann meinst du, es gibt ja das vielleicht? Ja, ich glaube, dann weiß er halt, okay, auf 17 würde ich das eigentlich nochmal erzählen oder würde nochmal zurückkommen. Ey, vielleicht, entweder es gibt er es oder er hält es halt viel kürzer. Und er merkt, Digga, aber irgendwie feiern die übel Jokes über so Essen oder irgendwie. Weißt du, was ich übelst geil finde und was immer ein No-Brainer ist, um einen schlechten Gag ultra zu saven, was ich auch manchmal beim Streaming nutze, so, das merkt man auch bei so Comedians. Jetzt bin ich gespannt. Nein, 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 dann machen die so einen Gag und so keiner lacht oder so wenig Leute lachen oder nur so medium, so ist es so ein 20% Lacher. Man weiß, die Leute wissen nicht ganz, sind wir jetzt gerade, also müssen wir jetzt gerade lachen? Weißt du, so dieser Gag. Und dann sagen die sowas wie, ja, okay, das schmeiß ich aus dem Programm raus. Weißt du sowas? Wo man dann so sich kurz selber eingesteht, der Gag war scheiße. Man bricht diese Ebene durch. Ja, genau, genau. Und dann, wenn man das gut aufpult, ist das nämlich richtig witzig. Und dann savet man komplett die Stimmung und kann weitermachen. Ich glaube, am besten ist es immer anzusprechen, egal wie. Oder auch, dass man, keine Ahnung, wenn du zum Beispiel irgendwie in UK bist, in so einer Stadt und aber irgendwie, keine Ahnung, diese Stadt ist halt bekannt für blabla, da kannst du auch so sagen, oder es gibt eine verfeindete Stadt, da kannst du halt irgendwie sagen, ja, keine Ahnung, die Leute in Birmingham letzte Woche irgendwie hatten da wohl nicht so einen Stock im Arsch als ihr. Und dann sagt die so, hey, und dann kriegst du die auch irgendwie raus oder so. Du musst es immer ansprechen. Ich habe nicht das Gefühl, dass das ein gutes Strat wäre. Naja, keine Ahnung, Bro. Ich kenne jetzt nicht von UK halt irgendwelche Dinger. Aber zum Beispiel, du erzählst einen Inzest-Choke in Deutschland, in Frankfurt. Ja. Und das kommt nicht an. Ja. Und dann kannst du dabei sagen, ja, irgendwie, letztes, als ich in Offenbach erzählt habe, konnten die irgendwie mehr relaten. Zu Inzest oder so. Und dann sagen die vielleicht, ah, die Huren-Söhne, ey. So weit, so. Irgendwie so vielleicht. Ah, okay. Irgendwie halt ansprechen. Weißt du so? Ich dachte, das ist so, wie du es als erstes erklärt hast, klang es so, als würdest du den Leuten sagen, ey, ihr seid voll die scheiß Audience. Diese Stadt, die ihr hast, war die viel bessere Audience. Man, kannst du auch machen. Du wirst auf jeden Fall eine Reaktion bekommen. Ja. Dann sind die vielleicht mal aufgewacht aus ihrer fucking Trost. Maybe. Ich glaube, das ist halt wie bei so Musikern. Guck mal. Da gibt es ja auch welche, die setzen, die sagen so, einen Monat, ich will keinen sehen, keinen hören. Ich schließe mein Zimmer ein und schreibe. Und dann gibt es andere, die sagen, keine Ahnung, bro, ich gehe einfach ins Studio, gebe irgendwie ein Beat, bro, ich improvisiere irgendwas. Und dann kriegt der eine Idee und macht dann das. Ich glaube, das ist halt so von bis übel. Ach so, du meinst, dass es Unterschiede gibt, wie Leute schreiben. Vom Writing, ja. Bro, wir brauchen unbedingt einen Comedian im Podcast. Schreibt mal gerne eure lieblingsdeutschen Comedians in die Kommentare. Und dann liked die hoch, die ihr denkt, die hierher kommen könnten. So ein No-Name einfach. Leute, find's ja kein Kristall oder sowas. Auch bitte kein Mario Bart. Nee, aber so, vielleicht haben wir ja gerade irgendwen gar nicht auf dem Schirm. Es muss ja nicht mal jemanden sein, dem wir jetzt so, wo wir jetzt jedes Programm in- und auswendig können, aber einfach jemanden, wo wir sagen, das ist ein guter Comedian. Vielleicht auch jemanden so aus der alten Schule. Stell dir vor, jemanden wie Bastian Pastewka oder so. Das wäre halt ultra krass, oder? Alter, ich glaube, da könnte ich nicht reden. Weil du aufgeregt wirst? Ja. Ja, ich glaube, ich auch. Oh mein Gott, Bro. Vor allem, der fickt dich. Also für uns beide macht er das im Halbschlaf, fickt er uns noch dreimal im Kreis, wenn er will. Das heißt, wir müssen gucken, dass er eine gute Laune dann hat, wenn er hier ankommt, ihm Essen, Trinken geben, alles. Weil sonst nimmt er uns sowas von hoch, Bro. Wir feeden den am Anfang so voll im Podcast, dass er so ein Food-Koma ist, dass wir auch Redezeit bekommen. Wir machen den so richtig fertig. Also Bastian, hast du gehört? Hey, Bastian, komm rum. Ich habe den letztens in dem Podcast sogar gesehen von irgendjemandem. Also sowas wäre crazy, da müssen wir wirklich mal irgendwie noch gucken. Aber ja, was wollte ich sagen? Achso, ja genau, dann habe ich halt Hugo gefragt und so und niemand hat irgendwie eine Idee gehabt, wo da ich dann einfach schweißgebadet, wirklich, das war ein Albtraum, oh mein Gott, schweißgebadet aufgewacht. Und dann war es zu Ende. Ich musste nicht auftreten. Nein, zum Glück, Digga. Boah, das kann man auf jeden Fall psychologisch auch hinlegen und so, ne? Ja, ich glaube auch, das hat eine Bedeutung. So, Angst vor... Ich meine, wir haben zum Beispiel unsere Edeltalk-Live-Tour, wo immer noch Tickets für Hamburg und Berlin da sind. Ja, also muss man sagen, Shoutouts an alle ausverkauften Städte. Ja, Mann, wir haben, ich glaube, sechs von acht Städten, glaube ich, acht Städte sind es, glaube ich. Neun sind es, glaube ich. Ja, dann sieben von neun sind weg. Übelst geil. Hamburg und Berlin sind noch da. Ich glaube aber auch nicht mehr crazy viel. Ja, Mann. Wie so 30 Prozent oder so. Geht da rein. Rein da, Freunde. Geht da rein. Ist im September, right? September und... Oktober? Ganz Anfang Oktober noch. Ja. Ihr findet die Daten einfach in der... Lass mal in die Beschreibung einfach reinmachen. In der Beschreibung, erster Link. Und wenn ihr auf Spotify seid, in den Show Notes. Ja, easy. Geil. Also ich war natürlich bei unserem ersten Auftritt auch... Du bist aufgeregt, du bist, sag ich mal, du bist angespannt, du merkst, dein Herz geht ein bisschen schneller, so, aber das ist so ein bisschen so wie... Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Das ist so ein bisschen so ne... So ne... Aber es ist kein negatives Gefühl. Oh, okay. Es ist eher so ein... Oh, es geht jetzt los. Oh, Mann. Okay, konzentrier dich, Bro. Vergiss nichts. Aber so... Es ist 50 Prozent schon Anspannung, 50 Prozent, aber man ist auch hibbelig und freut sich. Okay. Das ist so ein normales Ding. Bühnenangst ist wirklich so... Du weißt, du musst auf die Bühne, wo du schwitzt, du denkst, ach du Scheiße, aber du kriegst Kipps in Ohnmacht. Ja, okay, so krass ist es jetzt nicht, aber ich würde schon sagen, dass beim ersten Mal auf jeden Fall auch so ein... Ah, fuck, vielleicht hätten wir es nicht machen sollen. Oh nein, wirklich? Ein Gefühl mitgeschwungen ist, ja. Aber das hat sich jetzt... Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, über die nächsten Shows, die wir machen, habe ich das Gefühl nicht mehr, weil ich weiß, wie nice es war. Ja, es war übel nice. Aber wenn ich jetzt gleichzeitig zum Beispiel drüber nachdenke, in Berlin zum Beispiel ist unser größte Venue, deswegen haben wir da auch noch Tickets. Digga, wir spielen da in der Kolumbiahalle. Oder da tritt Ufo auf. Bro, da tritt Ufo auf. Ich war da bei Konzerten. Also Jackson, ich war da schon bei Konzerten. Ja. Ich war in der Crowd und jetzt sind wir vorne auf der Bühne. Oh, das wird so krass. Und Kolumbiahalle ist noch so... Ich weiß nicht, ob das dann auch bestürzt sein wird, aber es gibt auch noch so oben. Ach so. Es gibt noch eine obere Reihe, Bro. Es gibt zwei verfickte Etagen. Bro, da bitte Kolumbiahalle. Und wenn ich da drüber nachdenke, dann scheiße ich mir in die Hose. Also weißt du? Fucking hell, Bro, was machen wir da? Ja. Ja, müssen wir... Ey, wenn es so eine obere Etage gibt, dann kann ich euch jetzt schon mal sagen, wird es den Moment geben, wo wir ganz zu euch nach oben laufen und ihr müsst dann reden. So die Leute, die sich da oben verstecken, die denken, die werden nicht rangenommen. Ja, da wir... Zu dem ganz weitesten Platz laufen wir. So ein Teleskopstab, den wir dann so ausfahren. Und alle müssen so warten, weil wir von der Bühne so diesen Stab so immer weiter ausfahren. Das dauert so übel lange und der hängt auch so ultrakrank durch. Genau, aber das ist ein krasses Gefühl. Ja, keine Ahnung, man. Ich bin auf jeden Fall auch immer aufgeregt vor so Bühnenzeug. Ja. Schon. Aber ja, keine Ahnung, wie gesagt, ich musste halt früh schon immer auf so irgendwelche Vorspiele. Und damals, als ich... Ey, das ich war eigentlich ja auch. Ich habe ja auch dieses Tanzding. Aber ich glaube, da ist ja das Ding, ich muss halt nicht reden oder so. Aber waren da viele Leute so... Ja, schon teilweise. Auf jeden Fall. Komisch. Also, Bro, das ist schon... Oh, weißt du aber was? Ich weiß nicht, kennst du die Max-Schmähling-Halle zufällig? Den Namen, den Namen kenn ich aber nicht. Okay, das ist eine Halle, da wird, glaube ich, auch so Handball gezockt von den Berliner Füchsen, oder wie die heißen. Okay. Und also schon... Ist jetzt kein Fußballstadion, Bro. So wie Porsche Arena in Stuttgart wahrscheinlich. So eine Medium-Size-Basketball-Size. Genau, das ist so eine, wo man so... Man könnte die so in drei Teile teilen, hätte so drei Turnhallen. Okay. Okay, ja, ja, ja. So diese Größe. Ja, ja. Und das war voll. Also, das war jetzt nicht so, dass jeder Platz war ausverkauft oder war, ne? Aber so, du musst dir schon vorstellen, gerade bei den Ranglisten-Turnieren, die so viermal im Jahr oder so waren. Ja. Ich glaube, vier bis sechs Mal im Jahr. Da waren die Leute schon da. Da waren die Leute da, da waren die Leute mit Familie da, da waren Oma, Opa da. Aber tanzt man alleine auch mal oder immer mit Leuten? Immer mit Leuten, das ist das Ding. So, es ist immer, ich glaube, das wenigste, was es dann da so gibt, ist, glaube ich, im Finale waren immer sechs oder acht Paare. Also halt zwölf oder sechzehn Leute. Ja, okay, krass. Vielleicht hat es das ein bisschen entspannter gemacht. Für dich. Dass du halt, du stehst halt dort, du weißt, okay, die Leute gucken zwar, aber du kannst dann leichter wieder in diesen Modus gehen, wo du sagst, ich konzentriere mich jetzt einfach auf mich und meine Tanzpartnerin, wir machen unser Ding. Und ich glaube, das Ding ist auch, wenn du da jetzt einen Fehler machen würdest, einen Schritt mal falsch oder, keine Ahnung, was du beim Tanzen falsch machen kannst, aber I don't know, Arme mal falsch oder so. Alter, worst case, du machst irgendwas krass falsch und musst kurz Pause machen und neu dein Programm beginnen. Ja, okay, das ist schon peinlich, aber sag mal, du machst mal einen kleinen Fehler oder sowas oder irgendwie so, dann wird das im Gesamtmenge wahrscheinlich untergehen. Je weniger du dir es dir anmerken lässt, desto weniger merken die Leute. Genau, so ein allgemeiner Zuschauer, der jetzt nicht die ganze Zeit auf dich guckt, würdest du wahrscheinlich gar nicht merken. Ja, voll. So, das Ding ist, bei mir damals war das so, wenn ich so alleine auf der Bühne stand und musste so mein Saxophon-Vorspiel machen, als ich noch jünger war, vor so allen Eltern von der Musikschule und so, da stehst du ja alleine. Oder vielleicht mit deiner Lehrerin zusammen. Ja. Oder halt dann später bei Big Band ist es ja so, da sind zwar viele Leute da, aber man produziert ja so ein Gesamtergebnis. Das heißt, selbst wenn ich, wenn sich jetzt ein oder zwei Leute verspielen, hört man das ja. Du hast so, achso, das hört man. Ja. Achso, ich wollte gerade sagen, das ist dann nicht wichtig, dachte ich jetzt. Doch, schon. Also, das ist jetzt nicht so, dass du jetzt 100 Saxophone hast und dann geht eins unter. So, wenn du fünf Saxophone hast und eins spielt falsch, hörst du schon. Im Zweifelsfall. Aber kannst du auch tellen, meinst du, man könnte sagen, ah, der dritte, der fette, sagt ja der dritte da, der hat falsch gespielt. Okay. War jetzt random, hat jetzt nichts mit dir zu tun. Ja, okay. Nee, kannst du nicht. Ich imagine, da sitzen so Eltern und gehen so auf den Körper einfach. Oder ich als Eltern würde das safe machen. Ja, ich auch. Ich würde sagen, der hässliche. Und dann ist es dein eigenes Kind. Johann, das ist doch unser. Unser. Achso, ja, nee, ich meinte den anderen. Ist das dein Bruder? Wenn ich so drüber nachdenke, Bro. Eigentlich immer, wenn ich halt so dachte, okay, guck mal, da und da und da war irgendwie verspielt oder so. Am Ende, wenn du Leute aus dem Publikum gefragt hast, keiner hat das gemerkt. Ja. Also, am Ende ist das, glaube ich, auch, ich merke gerade selber, das ist gleich ein Unterschied. Kann sein. Auf jeden Fall, was ich mir halt denke oder wo ich jetzt so drüber nachdenke, warum ich da weniger Schiss hatte. Obwohl, man muss da sagen, ich hatte auch den klassischen Aufregungsdurchfall immer davor. Vor jedem Turnier. Bro. Jetzt hast du halt jeden Tag Durchfall. Ja, okay, fair. Also. Aber, was da halt anders ist, weißt du, beim Tanzen gehst du hin, du hast halt fünf Tänze, fünf Choreografien. Bro, ich hab halt fünf Tage die Woche, zwei Stunden, sechs Tage die Woche, zwei Stunden trainiert und das immer wieder wiederholt. Bei diesem Podcast, den wir machen, müssen wir von scratch uns was überlegen und dann funny sein. Aber weißt du, wie krass das wird? Wir müssen, wir dürfen. Boah, schön formuliert. Nee, wir dürfen halt neunmal, also weil die Auftritte sind ja bis auf den allerersten, immer so, Auftritt, Tag off, Auftritt, Tag off. Ja. Und das halt achtmal in a row quasi. Und wir bereiten ja nichts vor, dass wir sagen, okay, an dem Abend erzählen wir diese Story, an dem Abend erzählen wir diese Story, weil das finde ich irgendwie low. Wir gehen jeden Abend rein und improvisieren einfach. Und das wird unseren Skill, wenn wir das schaffen, das wird unseren Skill so krass festigen, Bro, das glaube ich, wenn wir das durchhaben. Dann gehen wir international. Dann machen wir Englisch-Podcast. Nein, no joke, ich glaube, Bruder, dann kannst du wirklich uns einfach auf jede Bühne werfen, zu egal welchem Thema. Das kann sein, ja. Und wir kriegen was. Ich glaube, das ist jetzt schon ein bisschen so durch das Streamer-Ding. Keine Ahnung. Wenn ich jetzt zu dir sage, ey Kevin, ich bin auf der Gamescom. Und ich sage jetzt, ey Kevin, Bro, am L'Oreal Paris Stand ist jemand ausgefallen. Weil du musst jetzt auf die Bühne sofort und du bist jetzt auf der Bühne, würdest du trotzdem irgendwas erzählt bekommen? Hey Leute, sagst du erst mal, hey Leute, wie geht's? Ah, hier, Schminke, was geht ab? Ah, ich sehe gerade hier neue Dings, Lippenstifte und so. Hier, hier kamen neue Lippenstifte raus. Ich trage keinen Lippenstift. Mega fresh. Ja, aber die Gefahr bequält mir. Ey Leute, möchtest du auch Choral? Choral ist ja ein lustiges Wort eigentlich. So, erzähl dich über Choral in zehn Minuten. Weißt du, wie ich meine? Nee, Digga, ich glaube nicht, dass ich das kenne. Also im Notfall kriegst du ja irgendwas hin. Weiß ich nicht. Spätestens nach dieser Tour kriegst du es. Ja, okay, das schon, ja. Weil wir müssen neunmal, achtmal uns halt immer was Neues überlegen. Boah, das ist crazy. Oder wir können auch, ich sag ehrlich, Leute, wie es ist, wir erzählen jedes Mal das gleiche einfach. Wir sagen einfach immer so die gleichen Gags, die merken es ja nicht. Obwohl, wir laden es ja auch hoch. Und es kommen vielleicht auch Leute doppelt. Vielleicht gibt es Leute, die haben, meinst du, es gibt eine Person, die hat sich überall ein Ticket gekauft? Ich glaube, es kann sein. Also ich kenne wirklich Leute, die kommen in drei Städten. Ja? Ja, ja. Also schreiben die zumindest. Also wenn das, ich weiß nicht, ob das dann stimmt. Oh, shit, okay, crazy. Aber wo ich auch denke, Leute, da habt ihr wirklich viel Vertrauen in uns, dass wir da echt viel Neues uns auserfinden immer jedes Mal. Auf jeden Fall. Wir werden ganz viel eure Karten vorlesen, die ihr da schreiben könnt. Ey, Bro, ich hab noch eine zweite Sache geträumt. Ich hab sie gerade vergessen, aber ach so, oh mein Gott, ich hatte die Nacht noch einen Traum. Um damit kurz weiterzumachen. Also zwei in einer Nacht? Nein, nein, nein. Den Stand-Up-Comedian-Traum, den hatte ich, glaube ich, vor einer Woche. Okay. Ich hab den nur gerade gesehen. Ich trag mir sowas jetzt neuerdings in die Notizen ein. Ich hab leider gar nichts geträumt. Den hatte ich vor einer Woche. Diese Nacht hab ich geträumt, dass ich auf Twitter, nee, ich glaub auf TikTok war oder auf YouTube Shorts oder so. Und dann ein Clip von mir gesehen hab, der von Craigsby hochgeladen wurde, wo ich so einen Stunt mache, wo ich so mich nach hinten, so nach hinten rolle. Und aus irgendeinem Grund hatte ich keine Hose an. Und man hat einfach meinen Arschloch gesehen. Und das war so dumm viral. Aber ich hatte weder positive noch negative Gefühle. Das war immer nur ein Fakt. Mein Arschloch war public. Du bist irgendwie, du bist zu tief drin, Bro. Ich weiß nicht. Was geht denn da ab? Wie würdest du das jetzt deuten für dich? Wie hast du so in den Nachhinein drüber gedacht? Weil das ist ja schon ein Traum, wo man mal sich überlegt, warum träume ich das, oder? Okay, ich glaube vielleicht... Oder nimmst du es einfach so hin und sagst, ja gut Leute, mein Kopf ist eh am Arschloch. Vielleicht hab ich das geträumt, weil ich hatte eine Boxershorts an. Und da war so ein Loch drin. In dem Moment, oder wie? Nee, kurz bevor ich eingeschlafen bin. Okay. Und da ist mein rechtes Ei... Also dann hattest du diese wahrscheinlich im Moment des Träumens auch noch an, oder? Nee, genau, pass auf. Ich hatte diese Boxershorts an, kurz bevor ich eingeschlafen bin. Und hab dann gesehen, oh, da ist ein Loch drin und mein rechtes Ei ist so in dem Loch. Das war so, dieses Loch war so groß, dass genau das rechte Ei nur durchgepasst hat. Kenn ich. Ich kenn das aber nur von... Suffering from success. Ich kenn das aber nur von diesen lockeren Boxern. Meine Engen haben das irgendwie nicht mehr. Ich schmeiß die weg, wenn die Loch haben. Ja, ich halt nicht. So, Marsha macht sich immer lustig. Ich hab auch so eine, die hat hinten so... Ist die so... Irgendwie ist der Stoff gerissen oder so, aber die ist halt nicht... Ist das halt kein Loch? Bruder, wenn du so, wenn du nach texanisch-mexikanischem Essen einen fahren lässt und das auch zu spicy ist, dann schneidet das in deine Unterhose rein. Nee, das ist das Ding halt. Ich hab eine Unterhose, die ist nicht durchgeschnitten oder durchgerissen, sondern das ist so... Kennst du so diese... Auf so Fetisch-Partys gibt es doch so diese Hosen, die so hinten so Netze haben am Arsch. Und so ist das. Ja, genau. Ganz so durch... Kann das sein, dass du das Loch vielleicht da mal irgendwo mal reingemacht hast aus dem Grund? War da mal was los? Das ist ja kein Loch, das ist nur... Der Stoff ist da aus irgendeinem Grund dünner geworden. Ja, achso. Und dann sieht man so... Hat der Plagg von innen dagegen gerieben? Mann, Junge. Nein. Wenn ich den Plagg reinmache, dann zieh ich voll die Hose aus. Ist doch klar. Das wurde vergessen, Bro. Bis wo man schlafen ging. Aber auf jeden Fall hab ich diese Hose ausgezogen und vielleicht war mein Körper noch so in diesem... Mäßigen, weißt du? Und ich hab auf dem Bauch geschlafen, weil ich dachte nicht so, oh, mein Arsch ist exposed. Aber, aber, ja gut, aber das erklärt doch trotzdem nicht, dass du träumst, dass es Craigspa ist, dass du irgendwie, dass du denkst, dass es ein Clip ist und so, Bro. Ja, I don't know. Ich frag mich wirklich, ob man, ob man... Weil wir leben die ganze Zeit in dieser Welt. Wir leben die ganze Zeit in dieser Welt mit so... Jetzt wird's deep, Digger. Jetzt tauchen wir ein. We live in a world. Wir leben die ganze Zeit in so einer Welt, Bruder, weißt du, mit so Clips und TikToks und Craigspie und Hugo und Content. Also meinst du, sagt der Hugo, ne? Und, ja, auch der andere Hugo. Auch der Hungrige. Ja, du meinst jetzt nicht letztens. Auch der Letz... Der Letzige? Auch der Letzige. Alle Hugos, Bro. Keine Ahnung, weißt du, mit dem hast du ja auch irgendwas geträumt. Wir leben die ganze Zeit in dieser, in dieser kleinen Welt. Unser Horizont ist wirklich sehr beschränkt, wenn man das so sieht. Einfach. Wir sind die ganze Zeit da. Wo hast du mal Touch mit irgendwas von außen, Bro? Keine Ahnung. Bro, das wird mir gerade ein Stück zu... Sag mal. Ja, aber wie meinst du das? Bruder, wir waren mal bei dem Geburtstag von Flex. Der war übrigens auch in Köln. Letztens war sehr funny. Ist echt ein Arzt. Also Fabian, das kennt vielleicht der ein oder andere der OG-Leute. Du darfst es dir echt mal haben, Bro. Der ist doch Zeugenschutzprogramm. Ach so. Flex, ja. Also wir nennen ihn Flex. Das ist halt speziell. Ja. Der heißt auf jeden Fall auch so. Wenn jetzt diese anderen von der Mafia fragen, heißt der auf jeden Fall so. Ja, der war hier und wir waren bei seinem Geburtstag. Und als wir bei dem Geburtstag waren, waren halt dort auch normale Leute, sag ich mal. Gesindel. Nein, einfach Leute, die nicht so beknackt sind wie wir und einfach sich im Leben einen normalen Job gesucht haben und einfach so ihr Leben chillen. Ja, genau. Und nicht träumen von TikToks, wo sie irgendwie ein Arschloch zeigen in die Kamera. Ja. Also das träumen die bestimmt nicht. Und das war für uns ein Moment, Bro. Da haben wir uns ja drüber auch unterhalten danach und so, wo wir gesagt haben... Das war ein richtiger Realitätscheck für uns. So gesagt, das haben wir crazy. Ja, also damit die Zuschauer kurz die vielleicht die andere Folge... Man versteht das doch, was ich sage. Musst du nicht erklären. Nee, meinst du? Na, erklär. Okay, also wir waren halt auf dieser Party und die Leute haben halt so... Wir waren halt so von... Wir haben so auf dem Weg dahin gelabert. Jo, mäßig so, was machen wir nächste Woche? YouTube-Videos und Streams. Und dann kamen wir bei denen an und dann war es so... Ähm, irgendwie... Was haben die gelabert? Bro, also da waren halt zwei Steuer... Wie sagt man? Ja, Leute, die beim Finanzamt arbeiten halt. Ich hab erstmal mit denen eine halbe Stunde über sowas gelabert, weil es einfach krass war, mal hier im richtigen Job zu sehen. Ja, ich fühl das, ja. Also so, und dann haben wir über alles Mögliche geredet, Bro. Die haben auch eine Weile geredet, dass irgend so eine Autobahn gesperrt ist. Ja, ja, stimmt, das war so, als wenn man so mit seinen Eltern im Auto sitzt und die dann so über so random Shit, der eigentlich gar nicht juckt, labern so... Für uns. Ja, so genau, das denkt man. Also was ich halt in diesem Moment gemerkt hab, ist so, wir sind wirklich eigentlich, ich glaube halt, also aus Sicht von denen sind wir so voll beschränkt, glaube ich. Kann sein, ja, vielleicht sind wir es auch. Weil, also ich glaube, wir sind es halt klar, wir wissen in diesem Thema ein bisschen mehr. Aber ist es jetzt nicht vielleicht auch, also vielleicht denkt jeder in, also vielleicht denkt jeder in seiner, jeder lebt in irgendeiner Art Bubble, weißt du, auch diese Leute leben in dieser Bubble. I guess. Und die können nicht checken, was bei uns abgeht. Hat man ja auch gemerkt so, dass sie das halt nicht so richtig checken können. Mein favorite Moment an dem Abend war, wo ich wirklich gemerkt hab, dass hier zwei Bubbles kollidieren. Ja. Als du lautstark in den Raum gefragt hast, ob jemand Weed dabei hat und es kam nur so zehn Sekunden Stille zurück. Oh, die hab ich angeguckt, als hätte ich gerade gesagt, hat jemand Bock, eine Guillotine aufzubauen oder so. Hat jemand noch Bock, heute irgendwie, keine Ahnung, Bro, einfach mal rumzuballern auf der Straße oder so. Ja. Wirklich, die haben wir einfach angeguckt. Das war so geil. Und dann so, nee. Und dann haben wir natürlich auch nichts geraubt, weil es ja verboten ist. Ja. In Deutschland. Ja, genau. Bro, das ist echt, kann man das erzählen, was da noch passiert ist alles? Ich hab schon erzählt. Hast du schon mal erzählt? Ja, ja. Haben wir schon mal hier einen Podcast erzählt? Im Stream, nee, haben wir noch nicht einen Podcast erzählt. Können wir machen. Sollen wir machen? Also auf jeden Fall haben die dann gesagt, ey, Gras jetzt nicht, aber ich könnte jemanden anrufen, der bringt so von Haribo diese grünen Schlangen. Ja. Weil die sind ja legal in Deutschland. Genau, ja. Und dann geht es halt quasi weiter und dann wurde uns gesagt, warte mal, erst mal meinte diese Person, ey, der würde so 50 Gramm Schlangen bringen, aber du hast verstanden, 15. Okay, und damit wir kurz checken, die mit den Schlangen, das ist einfach Gras gemeint. Dominik hat einfach gerade nur... Ich weiß nicht, ob wir das so sagen dürfen. Nee, wir haben halt in... Das ist halt... Das hab ich ja auch geträumt. You know? Oh, war das ein Traum? Das war auch ein Traum. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Wir haben ja beide geträumt. Das war crazy, bro. Bro, das haben wir mal rumgemacht. War auch später Geld von meinem Konto weg nach dem Traum. Komisch. Na ja, auf jeden Fall war es halt so, dass halt, also Dominik hat halt so den Traum gefragt, Jo, hat jemand Gras dabei? Und dann war halt Stille und irgendwann hat sich so das ruhigste Mädel im Raum, hat sich so mäßig... Ähm, also mein... Ja, 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 ich weiß nicht, ob wir das sagen. Okay, das dürfen wir vielleicht nicht sagen. Jemand, sie kennt jemand. Aber jemand aus so engeren Familienkreisen so, ähm, kennt jemanden, der halt so, den sie anschreiben könnte, der uns halt Gras vorbeibringt. Ja, 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 ja. So, und dann, dann hab ich halt verstanden, äh, ja, aber ihr müsstet aber, ihr müsstet aber 15, ihr müsstet, genau, ihr müsstet aber für 15 Euro was kaufen. Aber war das Euro? Ja, das war, ja, Gramm wäre übel teuer. Ich hab kein, ich hab kein Gefühl, was wie viel ein Gramm ist. Ein Gramm kostet so 10 Euro Strafenwert. Wie viel ist denn so in einer normalen Sportsigarette? Äh, kommt drauf an, du kannst auch ein Gramm reinmachen, aber so, ich glaub so 0,2, 3, ah, okay, okay, okay. Wenn du so mit Tabak mischt oder so. Okay, ja, okay, stimmt, nee, genau. Sie hat gesagt, 15 Euro. Genau, sie meinte so, ihr müsst aber was für 15 Euro kaufen. Dachten wir so, ja, Bro, also, wir werden jetzt nicht 1,5G wegrauchen, also Gramm, aber wir werden sicherlich 5, also das ist okay, wisst ihr, was ich meine? Wir dachten so, das ist schon fein, so, machen wir halt. Bisschen auf den Heimweg und so. Ja, ja, wir dachten, passt schon, so. Und dann haben wir halt, ne, so Dominik hat dann halt Bargeld abgeholt und so, hat dann zum Glück halt auch irgendwie, ich glaube, 50 Euro oder so abgeholt oder mehr, ich weiß nicht, ich glaube, ich glaube, ich hatte das noch dabei, ja. Ja, auf jeden Fall war das dann irgendwann so. Dass dann halt, also man muss dazu sagen, das ist das allererste Mal, dass Dominik und ich überhaupt das selber gekauft haben. Ja, for real, sonst hat es jemand mitgebracht. Sonst hat es jemand mitgebracht oder ich habe es halt so über Freunde so in drei Ecken so mäßig abgekauft. Aber allgemein eigentlich, ich habe, also auch das Abkaufen von Freunden habe ich vielleicht dreimal gemacht oder so. Also wirklich sehr selten, ansonsten halt so in Amsterdam, aber das ist ja wieder ein ganz anderer, ganz anderer Schnack. Dementsprechend, wir wussten gar nicht, was abgeht, muss man dazu sagen. Und wir waren halt in Berlin so. Auf einmal in Kreuzberg, muss man auch noch dazu sagen. Feuer. Ja, also so wisst ihr, wir waren wirklich Hotspot. Wir haben die Experience mitgenommen. Ja, und dann hieß es halt so irgendwann, dass dieser Guy aus der Familie von diesem Mädel geschrieben hat, wir nennen ihn einfach mal Bernd. Bernd hat geschrieben, hey, in zehn Minuten ist so mäßig der Kurier da. Kommt jemand rum. Kommt jemand rum. Also nochmal jemand anderes quasi. Genau, nochmal jemand anderes. So, und dann sind wir halt runtergegangen, kam ewig keiner. Und dann kam so ein ultra sketchy Auto vorgefahren. Und auch so richtig komisch vorgefahren. Ja, ultra komisch. Ich glaube, das ist er. Also wir standen in so einer Seitenstraße, da kamen jetzt nicht super viele Autos vorbei. Und dann kam er halt so ein Guy vorgefahren und wir haben relativ schnell gecheckt, der ist es. Ja. Und dann dachten wir halt, weil wir wussten nicht, wie sowas abläuft. Wir dachten halt, ja okay, der gibt uns jetzt halt aus dem Fenster irgendwie kurz das Odd. Ja. Und wir geben ihm halt das Geld rein. Ja, ja. Safe ist auch, dachte ich, am einfachsten. Ja, und dann meinte er so, irgendwie auf Englisch oder so. Also wir haben ihn auf jeden Fall erst nicht verstanden, der wurde auch lowkey ein bisschen sauer, dass einer einsteigen soll. Ja, das so gerufen so, ja. Genau, und dann dachte, dann meinte Dominik so zu mir, hat mich so angeschaut und meinte so, ey, bei dir ist weniger schlimm, wenn du verloren gehst. Du Nutten, Alter. Dann bin ich eingestiegen. Ja, du bist da aufgewachsen. Ich dachte, du verstehst dich vielleicht. Ja, keine Ahnung. Dann bin ich da eingestiegen. Auf einmal, Digga, er fährt los. Ja. Ich hab damit gar nicht gerechnet. In dem Moment, also das ging alles so übel schnell. Kevin steigt da ein, ich denk so, oh mein Gott, das ist irgendwie nicht, das ist nicht richtig, dass der einsteigt oder kann jetzt alles passieren. Das ist das Gefühl, als hätten wir so Waffen gekauft. Ich hab mir alles durch den Kopf gegangen. Ich dachte, ist das ein undercover Cop? Der steigt jetzt ein, er macht die Tür zu, verhaftet. Ist das, bringt er den jetzt um, Bro? Sticht er den ab? Entführt er den? Was passiert so? Weil das war über so sieben Ecken irgendwie, ihr habt das so nie erlebt, und auf einmal fährt dieses Auto weg und du bist drin. Und ich denk so, Bro, warum fährt, also ich dachte, okay, du setzt dich rein und dann macht er die Übergabe vielleicht, aber warum fährt er denn jetzt? Also in meiner Vorstellung war es so, und so hab ich das auch, glaube ich, schon mal in so Dokus gesehen, ich dachte, ich setz mich rein, wir machen den Deal, er fährt mich kurz 100 Meter geradeaus, ich steig aus. Das Ding ist aber, wir haben den Deal noch gar nicht gemacht, er fährt schon los. Da dachte ich so, holy shit, was geht jetzt ab? Bro, beim Fahren, er hat irgendwie mit seiner Schulter oder so, hat er dieses Lenkrad gehalten, hat dann zwischen seinen Beinen, also da, wo das Pedal auch ist und so, hatte er so zwei dicke Säcke mit Weed und anderen, also no joke, so eine Packung, okay? Bro. So ein Ding. Also wenn ich jetzt schätzen müsste, was ist das, ein Kilo oder so? Das sieht dick aus. Also das war viel, okay? So ein richtiger Batzen. Ja, kramt er da irgendwas raus und ich hab ihm dann halt so 15 Euro gegeben und er so, no, no, 50. Und er hat aber die ganze Zeit so mega genudgelt, ich hab ihn nicht verstanden und dann wurde der immer lauter und saurer. Bro, der dachte vielleicht, du willst ihn noch abziehen, Alter. Und er dachte, ich will ihn abziehen. Ach du reichst. Der hatte so Angst in meinem Leben, Alter. Und Dominik stand währenddessen, stand er halt da noch bei Fabi da vor der Haustür und hat sich da irgendwie noch Kennzeichen gemerkt, wenigstens. Ja, ich dachte, als du losgefahren bist, dachte ich so, okay, fuck, es kann es sein, dass Kevin entführt wird, was machen wir jetzt? Hab ich mir wirklich noch schnell das Kennzeichen so gemerkt, dachte ich, okay, wenn der jetzt nicht da vorne anhält, muss ich die Polizei rufen. Ja. Weil der, was weiß ich, wo der mit dir hinfährt. Genau, also man muss sozusagen, ich bin da in so einem... Organspendemarkt nach Tschechien oder so. Ich bin da in so einem Rondell gefahren. Du konntest mich die ganze Zeit sehen, glaube ich. Ja, genau, es ging so geradeaus, aber es gäbe so einen Punkt, wo er dann so hinter diesen Bäumen so gefahren wäre und dann hätte ich schon so, wenn er da nicht angehalten hätte und weggebogen wäre, hätte ich so, glaube ich, kurz Fabi angerufen und meinte so, ey, ist das normal hier in Berlin, dass die auch so Rundfahrt machen? Kevin ist seit 25 Minuten nicht zurück, ist das ein normaler Drogenwiel? Vielleicht haben die so einen Side-Hassel, dass die auch so Stadtrundführungen machen dabei oder sowas. Oh mein Gott, so Hop-on-Hop-off. Ja, so weiss ich. Und der wusste nicht, was für ein Kunde einsteigt. Einer, der Weed kaufen will oder einer, der Hop-on-Hop-off macht? Da war falsch kommuniziert von dir. Will er 20 Gramm aus oder will er einfach zum Brandenburger Tor, Bro? Oder 25 Sehenswürdigkeiten. Ja, das war crazy, aber der hat dann wieder angehalten, du kommst raus, ich denk so, Gott sei Dank, Bro, und dann war alles herrlich. Digger, aber das hat sich so illegal angefühlt. Auf jeden Fall, als wir halt dort waren mit diesen Leuten, hab ich einfach gemerkt, wie sehr man, wahrscheinlich gilt das, hast du recht für jeden, aber wie sehr man halt in der Bubble steckt, aber das im Alltag halt gar nicht merkt. So wie sehr man so voll in seiner eigenen Welt so unterwegs ist. Ja, wir chillen auch nur mit Leuten, die das hier machen. Also es gibt ja kaum Leute, mit denen ich abhänge, die außerhalb dieser Bubble sind. Das finde ich irgendwie scheiße. Ich hätte voll gerne so, ich meine, ich hab das halt aber in der Heimat so, wie oft ist man da. Aber ich hätte voll halt gerne hier auch in Köln einfach so einen Atzen, der einfach, der so sagt ja, auf YouTube kenne ich vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Bro, so zwei, drei Leute und ansonsten hat der einfach sein eigenes Leben und seine eigenen Hobbys. Und zum Beispiel mit dem einmal die Woche irgendwie Tennis zocken gehen und über normale Sachen labern. Wie geil wäre sowas? Hätte ich voll gerne. Ja, aber was heißt über normale Sachen labern? Über was würde man dann labern? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit Fabi, Fabi war ja hier. Aber welche Autobahn ist gesperrt zum Beispiel oder so? Ja, aber juckt mich halt nicht. Ja, aber du weißt doch, also halt einfach über so, halt keine Ahnung. Also zum Beispiel jetzt mit Fabi, ja. Ja. Fabi war hier und man muss sozusagen, Fabi ist zwar schon Loki in der Bubble drin, der checkt das alles, der guckt auch mal einen Trimax-Stream, einen Montestream oder so, ne? Ja, ja. So, der zockt auch selber mal irgendwie Zelda oder so. Der zockt auch mal ein bisschen auf Julio oder so. Ja, das ist jetzt nicht, aber so Zelda auf der Switch oder so. Hä, klar zockt der. Aber ansonsten, nee, ich glaube nicht. Aber ansonsten so macht der halt so seinen Kram und der führt halt so, der hat halt so ein Business, wo die so Heizungen und sowas bauen. Und mit seinem Dad zusammen. Und das ist so seine Welt, aber mit ihm habe ich halt auch viel über unsere Welt in Anführungsstrichen gelabert. Also es war trotzdem Thema, you know? Also es ist, ich fand jetzt nicht, dass es jetzt ein super anderes Gespräch war, als würde ich jetzt mit dir labern. Ja, kann sein. Vielleicht ist es einfach nur. Oder mit einem Dave vielleicht labern. Vielleicht ist es einfach nur ein anderes Gefühl oder so. Also er hat ja auch bei mir gepennt. Wir haben auch übelst viel gelabert. Noch an diesem Abend. Also wir haben uns dann rausgesessen auf dem Balkon, haben noch eine Flasche Rosé gesoffen und haben noch irgendwie bis drei Uhr gelabert oder sowas. Und keine Ahnung, über alle möglichen Themen. Natürlich schon auch Sachen jetzt so von, die man jetzt halt auch so allgemein in der Bubble belabern würde. Aber es war irgendwie ein anderes Feeling, bro. I don't know. Es ist irgendwie cool. Ja, ultra cool. Ich check schon, ja. Irgendwie. Ich glaube, das würde ich auf jeden Fall enjoyen. Ich weiß nicht genau, wo ich mit dem Punkt hinwollte. Aber auf jeden Fall. Nee, 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 ich führe schon. Wir haben hier in Köln echt nicht so viele Leute, die so außerhalb sind. Ich könnte gerade jetzt niemanden nennen. Ja. So sehr ich mich anstrenge, jede Person, natürlich hängt jetzt nicht jede Person vor der Kamera, aber jede Person ist irgendwo involviert. Also, der ist die Person, die ich jetzt sage, ist zwar auch involviert, aber mit der enjoy ich das immer so auch zu labern, weil es einfach irgendwie andere Talks sind, so ein bisschen anders, nicht so dieses Creator-Bumm-Bumm. Ist zum Beispiel Philippe. Also, Philippe ist generell auch ein durchgedrehter Atze. Ja, okay. Aber mit dem kann ich immer über geilen Scheiß labern. Aber gut, Philippe gibt es immer so einen Punkt, da trifft er dann ein bisschen immer ab. Ja, da will er dir dann sowas sagen wie, dass es voll leicht wäre, den Vatikan auszurauben. Ja, das ist noch der gute Punkt. Favorite Story von ihm, wo er uns no joke auf Ernst erklären wollte, hey Leute, man müsste eigentlich mal zum Vatikan fahren und ein paar Sachen klauen. Bro, wir brauchen Philippe im Podcast mal. Ja. Es kann sein, dass es unsere letzte Folge dann zwar, aber ja, es ist zum Beispiel so, Philippe ist so ein bisschen so ein Atze. Ja, aber schreibe dann den Titel. Gestörter Sexfreak über. Ja, gestörter Sextäter. Gestörter Sexfreak über. Über Vatikan. Über Scheiße am Pimmel, Vatikan-Klau und Gummibärchen oder so. Und warum die A5. Und das Deutsche Reich. Und das Deutsche Rettensystem. Achso, safe. Weil Philippe hat auch, oder vielleicht hat er auch ein paar Takes zum Deutschen Reich, weiß ich nicht. Aber Philippe hat immer auch, wenn man mit ihm eine Weile labert, kommt auch immer irgendwann der Punkt, wo er sagt, ja, ist doch eh alles. Ist egal, wir sterben ja eh alle. Oh, get to real. Und wo er dann halt anfängt sozusagen, dass ihn das alles abfuckt, dass man so viel Steuern zahlt. Also so ein bisschen dem Mario-Barth-Steuershow kommt dann irgendwann so. Einfach lieb mich, lieb dich, Bruder. Ja, ja, safe. Also, ja. Ich weiß auch nicht, wo wir herkommen gerade. Aber ich habe auf jeden Fall geträumt, dass man mir ein Arschloch gesehen hat, um den Boden zu schließen. Ach, da herkommen wir. Weil ich meinte, wir sind zu sehr in diesem, die ganze Zeit TikTok-Clips und so. Alter, das ist so crazy, man. Ich habe leider nichts geträumt. Bei mir war, also ich träume wirklich nur, wenn ich entweder anscheinend, wenn ich eine Woche durchkiffe und dann nicht mehr, dann kriege ich anscheinend richtig schlimme Träume, so wie nach L.A. Oder ansonsten halt, wenn ich wirklich einfach richtig gut in Ruhe schlafe. Aber diese Woche war Schlaf so richtig fickt. Es war richtig warm. Oder ich habe viel zu kurz gepennt. Oder Kombination aus beiden. Weißt du, was mein Favorite war? Ich habe auch richtig scheiße gepennt die letzten Tage, weil mir so warm immer war. Und ich dachte halt so, ich habe meine Klimaanlage irgendwie nicht gesehen. Ich habe so eine gute mal irgendwann geholt mit so einem Schlauch, den man so rauskriegt. Schlauch und alles, ja. Und ich dachte so, ey, hat meine Mom sich, also irgendwie hatte ich so im Hinterkopf, meine Mom hat mir mal geschrieben beim Umzug, hey, die würde sie jetzt für sich jetzt einfach nehmen. Und dann dachte ich auch so, ja, ich habe die auch nirgendwo gesehen. Und als ich im Keller war, war die da auch nicht und so. Und dann dachte ich so, boah, schreibe ich mal meine Mom an. Die meinte so, nee, die hat die nicht, die müsste bei uns sein. Und dann habe ich so zu Tim gesagt, der so gerade auf meiner Couch lag, meinte so, ey Tim, ich habe gerade wenig Zeit, kannst du mal irgendwie gucken, wo die Klimaanlage ist? Digga, Tim, musst du noch nicht mal aufstehen? Zeigt einfach so rüber und sagt so, meinst du die da? Bro. Und ich dachte so, Digga, ich habe gerade einfach eine oder zwei Wochen unfassbar Arsch gepennt, weil es zu warm war. Und in meinem Wohnzimmer, Bro, steht eine Klima. Digga, aber wie konntest du die denn nicht sehen? I don't know, ich habe die nicht gesehen. Die war einfach so eingebaut von so Umzugskartons, weißt du? Die war im Müll versteckt? Ja. Quasi. Nova Jones war so wie dieses Findet Walter, oder wie das heißt. Waldo. Ja. Waldo, auf Deutsch, I guess. Nee, Walter, oder? Heißt auf Deutsch Walter? Ja, würde ich sagen. Finding Waldo? Waldo ist auf Deutsch Walter? Ja, glaube schon. Miguel, do you know, as a UK guy, the finding Walter? Walter, ich glaube auch. Heißt aber eigentlich auch Walter? Ja, ja. Wer heißt denn Waldo? Habe ich mir das gerade ausgedacht? I don't know. Es muss jemanden geben, der Waldo heißt in so einer Art Game. Ich gucke das kurz nach. Naja, auf jeden Fall war das halt so ein bisschen so versteckt und dann habe ich es gefunden. Apropos, Bro, während du das raussuchst. Ladies and Gentlemen, es ist passiert. Am Dienstag. Bist du ein Jungfad? Auch. Okay. Am Dienstag wurde... Er heißt Waldo, ihr Ficker. Guck. Der. Der Nutten, Alter. Das ist Waldo. Ist auch egal. Auf jeden Fall, Freunde, nach acht Monaten in meiner Wohnung, es ist passiert. Ich habe finally eine Küche, Bro. Und was für eine schöne, muss ich sagen. Und was für eine schöne. Ich habe sie schon gesehen gestern. Also ich habe sie im Zusammenbau gesehen und ich habe sie gesehen im FaceTime. Sieht wirklich herrlich aus. Ja, Mann. Ich muss sagen, ich bin neidisch auf diese Küche. Und meine auch sehr schön. Das will man ja nicht drunter rin. Das Verhältnis von Wohnung zu Küche ist auf jeden Fall krass bei mir. Weil man würde in so einer normalen, chilligen, Dreizimmerwohnung jetzt nicht so eine Küche erwarten. Wiederum bei dir in deiner Bude, finde ich, passt diese Küche auch perfekt rein. Weil man würde in so einer Wohnung, so Penthouse, darf man sagen, oder? Ja, ja. In so Penthouse mäßig würde ich auch so eine Küche erwarten. Ja, ja. Ballert auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, safe. Also ultrageile Küche und Bro, Mann. Und ey, ich komme mir wie ein unfassbarer, abgehobener Vollidiot vor, ne? Oh, das ist geil, wenn das so. Aber wir sind gestern, wir sind gestern, also gestern war das, ne, der ernste Tag, wo wir das so eingeräumt haben. Also ich habe gestern nämlich gestreamt und wir haben so, ähm, also Dienstag wurde die Fest fertiggestellt. Gestern war Mittwoch. Und da haben wir uns halt so den ganzen Tag genommen, waren nochmal so ein bisschen so auch Möbel shoppen, so allgemein. Weil wir, wir haben halt immer, ne, das nicht, aber so, das Ding ist halt, es hat irgendwie keinen Spaß gemacht, die Wohnung einzurichten, weil wir super viele Kartons hatten mit Geschirr, die wir aber nicht irgendwo hinstellen konnten. Deswegen mussten die da stehen bleiben. Das heißt, ich hatte halt immer so eine Ecke in der Wohnung oder also so die Hälfte von dem Wohnen-Küch-Bereich, der halt so vollgestellt war mit so Müll. Und dann, Bro, dann bockt es nicht jetzt, sich so zu denken, oh, was hole ich jetzt für ein geiles Bild fürs Esszimmer oder so, checkst du das weiter? Und dann, da wir das jetzt halt weg hatten, dachten wir so, ey, gehen wir mal hin und gucken mal so, weil jetzt lohnt sich das, checkst du? Check. Und dann waren wir so ein bisschen shoppen, haben das gemacht und am Abend dann sind wir halt nach Hause und haben halt so ein bisschen Geschirr schon mal eingeräumt und so. Geil. Bro, das war so ein geiles Gefühl. Und danach, nachdem wir das gemacht haben, sind wir einkaufen gegangen im Supermarkt und, Bro, es war different. Also ich war erst mal, das klingt jetzt ultra abgehoben, ich war ultra lange nicht mehr einkaufen, Bro. Weil Marsha meistens alleine gegangen ist. Achso, ja, okay. Ja, oder wir halt erst in Stellung. Das ist noch ein Level von abgehoben, was noch okay ist. Ja. Schlimmer wäre es, wenn du es gesagt hättest, du schickst immer Tim zum Einkaufen. Auch ab und zu, aber es passiert eher selten. Ich habe das Gefühl, es passiert schon oft, Bro. Geht, geht, ja. Geht? Einmal die Woche? Ist immer nur, wenn Marsha nicht da ist, Bro. No joke, no joke. Es gab so eine Woche bei Marsha weg und dann meinte ich so, ey Tim, ich habe eine Woche 24-Stunden-Stream, kauf mal so Snacks und so. Und dann hat Tim hier so irgendwelche Nussriegel und so geholt. Also Tim, dein Herz soll gesegnet sein, Bruder. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, Bro, ich war nach langem, man, das klingt so dumm, wenn man das sagt. Das tut mir auch voll leid, dass es jetzt so unfassbar abgehoben wird. Nein, sag das, wie es ist, die Leute werden hier selber sich ein Bild dann machen. Ja, aber, Bro, dieser Weg zum Supermarkt war der Hammer. No joke, wir sind da so reingegangen. Ich habe mich gefühlt wie so ein Kind, der sich jetzt so aussuchen kann, weißt du? Es war einfach übelst geil, weil ich habe mich einfach gefreut, den neuen Kühlschrank zu befüllen. Weil wir hatten davor ja auch einen Kühlschrank. Ja, ja, ja. Aber das war halt so ein halber. Ja, und Bro, der stand halt auf dem Boden, checkst du? Ja. Und er hat seinen Zweck erfüllt so. Ja. Aber zu wissen, also, ich hatte ja auch keine gute Herdplatte und keinen Ofen vor allem. Kein Ofen war das Kaste. Und ein ultrakleines Gefrierfach. Und jetzt habe ich halt ein normales Gefrierfach. Einen Kühlschrank, der auf so, ne, so auf Brusthöhe hängt oder sowas. Kopfhöhe sagt man auch oft gerne, ja. Kopfhöhe, also checkst du, was ich meine. Also so, dass man den halt so, ne, ohne dass man sich bücken muss. Also Kniehöhe. Und ich habe halt einen Ofen so. Und eine Herdplatte, die geil ist. Also konnte ich jetzt auch zum Beispiel sowas kaufen wie irgendwelche Gefriersachen, die man im Ofen warm macht oder so. Ja. Und, Digga, wir haben gestern einfach eine Fertigpizza von Gustavo Rivovante geholt. Boah. Und Piccolinis, Digga. Und, Bro, ich habe ein verficktes Jahr, das ist nicht mehr gegessen. Digga, das ist ja verrückt. Ich glaube, das kann man nicht so relaten und das klingt auch voll dumm. Aber irgendwann, wenn man richtig viel Essen bestellt und es ist wirklich so, ich bestelle ja schon jeden Tag ein Meal mindestens. Oder halt so, sagen wir, alle zwei Tage ein Meal. Das ist so, glaube ich, so roundabout das. Und irgendwann, gerade wenn du nicht so viel Auswahl hast wie hier in Köln irgendwie, so im Vergleich zu Berlin, wird dieses Bestellen unfassbar nervig. Es fühlt sich an, als würdest du so zwischen drei Gerichten hin und her circlen irgendwie, finde ich. Also, es fühlt sich wirklich so an, zum Frühstück, Bro, habe ich immer die zwei gleichen Sachen gegessen, weil alles andere mich nicht angesprochen haben. Ja, aber das Ding ist halt auch, man schaut dann irgendwann auch nicht mehr, was gibt es vielleicht noch für Sachen oder so. Nee, man will einfach irgendwas haben, was den Zweck erfüllt. Man hat sich so drauf eingefahren, man kennt seine Restaurants. Ja, genau. Also, ich schaue ab und zu, versuche ich mal zu gucken, ey, hat vielleicht irgendwas Neues aufgemacht in der App oder so. Gibt es mal was anderes probieren? Aber in der Tagesordnung bestelle ich immer bei den gleichen fünf Sachen. Ja. Oder aus dein Sushi-Place, aus dein Pitch-Pizza-Place. Ist ja auch geil und Essen bestellen ist der Hammer, aber so irgendwann, irgendwann, wenn man wirklich, also ich mache das seit vier Jahren oder so, checkt ihr, so auch in Berlin und irgendwann ist es so, Bro, ich habe keinen Bock jetzt irgendwie zwischen Sushi, Salat, Bowl und irgendwie Burrito und so hin und her zu circlen und immer diese drei Gerichte, immer wieder und immer wieder. Ich denke, einfach gestern diese Piccolins und diese Restaurante Rivovante da reinzuknallen. Aber ist das jetzt, sag ich mal, ist das die kulinarische Ausrichtung, auf die wir uns jetzt so freuen können in deiner neuen Küche? Nein, nein, nein. Oder planst du auch noch in höhere geschmackliche Sphären aufzustellen? Ja, ja, ich werde auf jeden Fall wieder regelmäßiger kochen, so nach dem Stream. Okay. Aber, Bro, das ist einfach so mal ein Jahr keinen Ofen zu haben, ist so. Ja, muss ich schon sagen, ich meine, das klingt jetzt ein bisschen lustig, aber ich meine, ich habe es selber auch noch nie erlebt, glaube ich. Ja, ob wir, das klingt ultra weird und Leute können vielleicht jetzt nicht relaten, aber so. Ich glaube, keiner kann relaten. Bro, das war einfach so, also Marsha hat es ja auch unfassbar krass gefühlt in dem Moment. Wir dachten so, wir waren wirklich wie so, wie so. Wie so Gollum, Digga. Ja, Bro, wie so Leute, die so das erste Mal so, als würde man so high in den Supermarkt gehen, so ein bisschen war es, weißt du. Wir waren so an dieser Kühltheke und Marsha meinte so, Digga, das war so ein Gefühl, gerade zu dieser Kühltheke zu gehen, weil sie sonst immer geskippt hat, weil wir da nichts machen konnten. Wir konnten keine Pizza da machen, wir konnten keinen Ofenkäse machen, Bro. Bro, und dann waren wir da so, wie so fucking Kids, Bro, die auf einmal so einen 50-Euro-Schein gefunden haben und die jetzt nicht alles aussuchen dürfen. Und dann war es so, was soll ich das mitnehmen? Und dann haben wir so, dann waren wir auch noch so überlegt, sollen wir noch so Giosas mitnehmen? Bro, wir standen da so davor, wir hätten so viel fast mitgenommen. Geil. Wir haben dann nochmal ein bisschen was zurückgepackt wieder, weil wir zu viel dabei hatten. Aber das ist eigentlich geil, Bro, du hast dich so durch diese Küchensituation. Ich meine, du konntest jetzt nicht wirklich was dafür, dass es so lange gedauert hat, der Gäste. Das war einfach ein bisschen, was konntest du natürlich dafür, wie es immer ist. Ich konnte insoweit dafür, dass ich halt eine geile Küche wollte. Ich wollte jetzt halt nicht... Ja, ja, ja. Keine Ahnung. Du hast dich aktiv halt dafür entschieden, wusstest aber, das wird dauern wahrscheinlich. Genau, genau. Und dann kamen wahrscheinlich noch ein paar Verzögerungen wegen Holzknappheit. Ja, genau, dann war noch diese Sache. Wie es immer so ist. Aber du hast dich dadurch so in so eine Entwöhnung reingegeben, Bro, dass das eigentlich ja cool ist. Weil jetzt weißt du mal wieder sowas wie einen Ofen und einen Kühlschrank und einen Herd, weißt du jetzt halt mal wieder zu schätzen. Ultra krass. Was denkst du, wie lange hält das? Also aus meiner Erfahrung her halten solche Sachen, die ich so als Ultra-Luxus gemerkt habe, über lange. Also zum Beispiel so mein Auto oder so oder meine Wohnung an sich jetzt vom Standard her schätze ich, no joke, also ich habe wirklich einmal die Woche habe ich so einen Moment, wo ich so mit meinem Auto rumfahre und so denke, Digga, wie geil eigentlich gerade so. Ich fahre hier gerade in eine geile Wohnung, also zu einer geilen Wohnung, zu mir nach Hause, in einem geilen Auto, habe eine bodentiefe Dusche. Also ich rufe mir das schon ultra oft auf, ja. Aber auch ein bisschen wahrscheinlich absichtlich, dass du einfach so. Es kommt einfach so auch. Also ich habe so, das habe ich im Stream letztens auch gesagt, ich habe es nie so richtig verstanden, wenn Leute so sagen, jo, wenn ich mir jetzt ein krasses Auto hole, so ein Lambo oder so, dann wird es irgendwann langweilig, man gewöhnt sich daran irgendwie nach drei Monaten oder so. Der Punkt kam bei mir nicht. Also klar, vielleicht ist es natürlich nicht mehr so, natürlich ist es runtergegangen von, ich habe das Auto bekommen, zu jetzt. Ja klar. Aber es ist trotzdem immer noch so, dass ich einsteige und so denke, Junge ist das krass. Ja, ich glaube, die Gehirne sind halt anders gestrickt bei manchen Leuten, glaube ich. Vielleicht, bei dir hält das halt länger, aber ich glaube, bei dir ist vielleicht eher so eine allgemeine Dankbarkeit für Dinge. Komplett, ja. Also weißt du so, weil das eine ist ja, dass du sagst, aber da muss man halt vielleicht auch ein bisschen ein Carguide dafür sein, dieses Gefühl, jetzt ein neues Auto zu haben. Und dann ist das mal der Besonderste. Aber irgendwann bist du schon so oft drin gefahren, hast du schon zum dritten Mal zu sauer auf die Mittelkonsole gekleckert. Weißt du, wie ich meine? Irgendwann verliert das so ein bisschen diesen crazy-Jesus-Status, dieses Auto und wird einfach so, das ist halt mein Auto. Das ist ein richtig geiles Auto, aber das ist einfach mein Auto. Und ich glaube, vielleicht steigst du schon bei diesem Gefühl ein. Ah, okay. Weil ich nicht der Carguide bin. Ja, maybe. Aber du sagst halt, ich finde es voll geil, dass ich das habe und dass ich mir das ermöglicht habe und so. Du hast so eine allgemeine Lebensdankbarkeit einfach für diese Dinge. Und du kennst es ja auch noch, wie es halt ohne ist. Also du hast ja auch mal ein anderes Auto gefahren. Ziemlich lange auch. Oder dass man auch als Kind warst, keine Ahnung, hatten wir auch keine bodentiefe Dusche, bla bla bla, diese Sachen. Aber so dieses, dass eine Sache so extrem besonders für einen ist und man freut sich so drauf, dieses Gefühl geht, glaube ich, schon immer bei jedem, früher oder später weg. Kann sein. Ich glaube, also ich habe, so dieses Auto ist halt ja irgendwo so ein Flex, aber ich habe das eher so, habe ich ja am Anfang auch schon, da haben wir im Podcast auch ab und zu mal drüber geredet und auch privat, bevor ich das Auto geholt habe. Ich habe das irgendwie, und so sehe ich es immer noch, das ist indirekt so ein Flex für mich selber, so wie weit ich es geschafft habe in meinem Alter und dass es nicht selbstverständlich ist. Ja, ich verstehe. Also weißt du, es ist so dieses Gefühl, an das ich denke, nicht an, oh mein Gott, alle gucken mich an, ich habe ein geiles Auto-Gefühl, das juckt mich nicht. Im Gegenteil, das ist sogar mir ziemlich oft unangenehm. Also, da habe ich mit Masha gestern drüber gesprochen, ich finde es unfassbar geil, mit Fenster unten zu fahren und ich finde es unfassbar geil, laut Musik zu hören im Auto. Der Twist ist aber, wenn du beides zusammen machst, bist du dieser unangenehme Guy an der Ampel, Bro, der viel zu laut Musik hört. Ja, vor allem mit deinem Auto ist das halt dann so, schau mich mal an. Ja, genau. Ich habe ein i8. Und Bro, ich wünschte, ich könnte mit Fenster unten laut Musik rumfahren, aber nur ich würde die Musik hören. Bro, das wäre so safe. Oder dein Auto sieht so für andere anders aus, wie so ein Unsichtbarkeitsmantel von Harry Potter, nur dass es aus deinem Auto halt so einen Golf macht. Ja. Und alle denken so, das ist halt so ein Golf-Arschloch mit Musik, aber du bist halt wie Acht-Arschloch mit Musik. Ja, aber ich glaube, das wird schon eine Weile anhalten, auf jeden Fall. Aber das klingt auf jeden Fall so, als wäre das halt einfach eine allgemeine Dankbarkeit für diese Sachen, so statusmäßig. Bro, wie krass ist diese Küche, Bro. Ich bin 26 Jahre alt. Aber das, was ich meine oder was vielleicht die anderen Leute meinen, ist halt so dieses, du bekommst diese Sache neu. Und dann hat die so einen Status. Sag mir mal zum Beispiel Thema Auto, bleib mal da mal, ja. Ich bekomme das Auto neu. Ich weiß, das kommt aus der Fabrik zu mir. Und das hat noch vielleicht, das hat der Mitarbeiter gefahren vom Fabrik zum Abholzentrum. Das hat so drei Kilometer drauf oder sowas. Das hat noch niemand angefasst. Das hat noch diese Schondinger. Mein Arsch ist der erste, der reinsetzt so. Und dann hat das in diesem Moment so diesen, ach du heilige Scheiß, crazy, crazy, alles neu. Du drückst aufs Gas das erste Mal, wie es bei mir war. Ich bin davor immer ein Suzuki Swift gefahren, auch solides Auto, damals für Studienzeiten so. Ist so ein bisschen so wie dein... Spacester? Ja. Nee, ist schon besser als der Spacester. Ein bisschen besser, aber so... Ein Spacester hatte kein Drehzeitmesser. Ja, okay, aber der Spacester war basically ein umgebauter Traktor. Glaube ich bis heute dran. Ein umgebauter Rasenmäher eher. Weil ähnlich hat er sich auch angehört. Ja, diese Scheißkarte. Aber so, weißt du, dann drückst du auf Gas, holy shit. Und dann fährst du alles an, irgendwie so Soft-Touch, irgendwie so Kunstleder. So crazy. Aber irgendwann kommt der Moment... Der Spacester war so scheiße, dass Leute, die kein Auto hatten, mich ausgelacht haben. Check so, was ich meine. Also, ich meine, das war wirklich... Das war ein cooles Auto, du hast das so bekommen zum Abi oder irgendwie so. Leute mit dem Fahrrad haben mich ausgelacht auch. Das war wirklich... Ich bin das Ding ein oder zweimal gefahren und es hat sich auch angefühlt, als würde man Traktor fahren. Bro, bist du richtig am Schalten, am Kuppeldecker, du alle Hebel irgendwie. Aber irgendwo auch einfach ein unfassbar geiles Auto deswegen. Es ist einfach eine übelst geile Erinnerung. Wie viel Erinnerung da dran hängt. Das ist halt das so. Aber was du gerade gesagt hast, man kriegt diesen Wagen direkt aus der Fabrik und so. Das hatte ich ja noch nicht. Genau, vielleicht war es halt auch besser. Ich habe mein Auto gebraucht gekauft und habe es von Anfang an scheiße behandelt. Aber auch ein Beispiel von deiner Küche, sage ich mal. Du hast hier das Blitz neu. Jetzt hätte die für mich noch diesen Status von so... Decker, schau dir meine schwarze... Mach... Mattschwarzen Oberflächen an. Kurze Schlagertal. Schwarzmatzen. Schwarzmatzen Oberflächen an. Mein Wasserhahn, du hast so einen geilen mit so Sprudelheißwasser, alles. Oh ja, das ist true. Ich habe so ein... Das Ding ist, man muss das so sagen, wir haben das mit einer Firma zusammen gemacht. Und wir haben uns halt so ein Bild geschickt. Und ich hatte zu der Zeit halt nicht so crazy viel Zeit und dachte so... Ja, okay, diese Küche sieht geil aus. Vielleicht diese Platte noch ein bisschen anders. Ansonsten finde ich es geil. Ja. Hat mir aber die Geräte gar nicht angeschaut, weil ich so dachte, ja, die werden mir eh geile Geräte reinzimmern. Ja. Bro, ich habe gar nicht geschickt, wie geile Geräte ich habe, ne? Digga, ich kann... Ich habe mit meinem Ofen die Möglichkeit, einen Thermometer einzustecken, das im Ofen an den Steak heranzumachen und dann kann der Ofen messen, wie viel Grad der Steak hat und deswegen... Und darauf basierend dann anpassen, wie warm der ist. Bro, ich kann den... Ich kann Dampf garen in dem Ofen. Und ultra crazy shit und mein verfickter Wasserhahn kann gefiltertes stilles Wasser, gefiltertes stilles Wasser mit Sprudel, direkt kochendes Wasser und warm-kalt. Und warm-kalt. Ja, aber so crazy. Bro, dass du einfach direkt kochst, wie geht das überhaupt? Da ist irgendein Boiler unten drunter. Das ist crazy. Aber holy shit. Aber also eigentlich, Bro, ich meine, du hast halt das jetzt halt so gemacht, weil du sagst, ich habe keine große Lust, mich da viel zu beschäftigen, die sollen einfach bauen, aber an sich eigentlich wirklich einer der größten Fehler, den man machen kann, ist, wenn man eine Dienstleistung beziehen will, dem anderen merken zu lassen, dass man viel Geld und wenig Ahnung hat. Weil auf einmal bauen die den Ofen ein, der tanzt noch jeden dritten Mittwoch Samba und der Wasserhahn, da kannst du telefonieren und so und dann, ach, da hast du noch tausend mehr. Aber wenn die merken, den Juck, der merkt das nicht mehr, wir schicken dem was, der sagt, gut, dann pack mal diesen ganz teuren Wasserhahn rein, der wird eh nein sagen. Und dann kommst du nach einer Minute oder so oder nach einem Monat, je nachdem, kommst zurück, ja, macht einfach mal. Sag ich, okay, hör mal zu, nimm nicht den Backofen, nimm den mit diesem Thermometer-Scheiß da, mit WLAN und so und der zahlt das alles. Ey, Günther, ich habe da einen, der zahlt alles. Dem verkauft man auch die goldenen Füße unten und alles und wir schreiben es einfach rauf, versteckt das in der Liste. Warte mal, meine Küche hat goldene Füße. Ja, schraub mal ab, Digga. Die haben da wirklich pure Goldbasten unten reingebaut. Ja, Herr Teller, also es kostet jetzt 70.000 Euro und du so, ja, okay. Also wenn ein Holzschein 80 Euro kostet, dann wird ja eine Küche 70.000, wird schon hinkommen. Oh mein Gott, Bro, ey, dass ich mal Holz bei der Edeltung kaufen wollte für 80 Euro, verfolgt mich auch mein Leben lang. Das ist nicht mehr los. Aber auch zu Recht. Ja, es waren 80 Kronen, na und? Na und, ist halt passiert, was soll ich sagen? Naja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Jetzt hast du den Backofen mit WLAN. Ja, no joke. Also for real, ich habe gestern meinen Ofen mit WLAN connected und meine Spielmaschine auch. Aber ich muss sagen, Ofen mit WLAN ist wirklich eine Funktion, die hätte ich auch noch dazu gewählt an deiner Stelle, weil dann kannst du halt aus dem Zimmer sehen, zum Beispiel, wenn was fertig ist oder so, wenn du gerade was backst oder kochst oder, ja, backen sagt man. Sagen wir mal bei einer Pizza, ich backe die. Ja, Pizza-Button. Pizza-Button. Oder aufwärmen, also. Pizza-Button. Aber wenn ich die TK, warte mal ganz kurz, wenn ich eine TK-Pizza reinmache, sag ich dann, ey, ich kann gerade nicht telefonieren, ich backe gerade eine Pizza, ich muss die gleich rausholen, die ist gleich fertig gebacken. Man würde so, glaube ich, sagen, ich mache mir eine Pizza, aber ich weiß nicht, ob man... Ja, da schreibt man in die Kommentare, Freunde. Aber da kannst du halt dann so steuern und vielleicht, wenn du gerade in einem Match bist, kannst du auf dem Handy halt dann auch ausschalten, dann verbrennt die nicht. Ja, das geht. Vielleicht kannst du sogar mit Knopfdruck die Tür auch fahren oder so. Boah, ich habe gestern Push-Notification bekommen, wir mussten den so mal eine Stunde lang, wir mussten den mal so irgendwie einbrennen lassen oder wie das heißt. Ja, einbacken lassen. Ja, bevor man das das erste Mal benutzt. Und dann habe ich eine Push-Notification bekommen von meiner Siemens Home-App oder wie die hieß, dass Bucky fertig ist. Hast du Bucky gedacht? Stark. Ich musste so einen Namen geben und es stand zur Auswahl, Bucky oder Ofi. Ja, Bucky ist besser. Ja, ich habe mich für Bucky entschieden. Hotti wäre auch geil. Ja, auf jeden Fall, Bucky war dort fertig. Ja, aber war unfassbar geil. Und dann zwar wirklich die Oberkrönung war, Bro, wir haben ja diese Umzugskartons ultra lange nicht getatscht, weil wir keinen Bock drauf hatten. Da war halt 90 Prozent Geschirr, was wir nicht einräumen hätten können. Warum sollen wir also den Rest ausräumen? Ja. So machen wir halt, wenn die Küche kommt. Und es hieß halt immer, in einem Monat ist sie da, in zwei Monaten ist sie da. Und dann war halt so, dafür kann diese Firma nichts, aber dann gab es halt irgendwie Holzknappheit oder sowas. Alle Leute, die sich gerade eine Küche bestellen, müssen überlange warten. Ja. Und je größer die Küche ist, desto länger, muss man halt warten. Wahrscheinlich, je mehr Wünsche du hast, Pipa, Bro. Ja, genau, genau. Und so, dann haben wir halt irgendwann so das einfach stehen lassen. Und gestern, als wir dieses Geschirr ausgeräumt haben und eingeräumt haben, haben wir einfach die Überentdeckung gemacht, Bro. Ein Relikt einer alten Zeit, was jedes Gericht aufwertet. Und zwar ein Sandwichmaker, Bro. Oh. Digga. Den hast du vergessen? Ich habe den Sandwichmaker gefunden. Bro, der hätte doch auch in deiner bisherigen Küche dein Leben so viel verändert. Ich weiß, aber der war so tief unten, Bro, unter so neun Schichten Geschirr, Bro. Okay, Frage. Ist das ein Sandwichmaker à la Tefal OptiGrill? Schau das an, der OptiGrill auf YouTube. Oder ist es ein Sandwichmaker, der diese Dreiecke macht? Dreiecke. Hm. Ich habe überlegt, ob ich auf dieses Tefal-Ding upgraden soll. Ich glaube. Aber ich finde, die Dreiecke ist auch geil. Nein, Bruder, ich habe schon so viel Content von dem OptiGriller reingezogen. Ah, ist das ein Typ? Du ahnst nicht, wie die Allmanns abgehen zum Thema Tefal OptiGrill. Es gibt ganze Foren, wo die nur besprechen, welche Version, weil es gibt halt OptiGrill Plus, OptiGrill Maxi, OptiGrill SL, OptiGrill Black Edition, wo die nur schreiben, welches ist besser, welches Accessory es gibt mit welchem. Dann schreibt so Udo45, schreibt dann so, moin Leute, ich mische mich auch mal ein. Ich habe den OptiGrill XXL seit zwei Jahren, bin echt zufrieden. Nur leider hinten die Fettabdraufschiene ist ein bisschen krumm. Ich habe mir da aus dem 3D-Drucker irgendwas gebaut, hier schicke ich euch mal das Ding rein. Dann schreibt der Nächste, moin Udo, vielen Dank, ich habe das nachgebaut. Ich kann euch echt nur diese Rührei-Einsatz empfehlen und so. Und dann ist es halt so weit getrieben, dass es einen ganzen YouTube-Kanal gibt, der seit Jahren, der heißt der OptiGriller, der seit Jahren besteht, der nur Content macht mit dem Tefal OptiGrill. Das ist kein Placement, leider. Ich will sehen, was der OptiGriller... Tefal schreibt uns an. Wir gucken Opti... Wie heißt der OptiGriller? Der OptiGriller. Der macht doch sogar TikTok-Content. Bro, wenn man OP eingibt, kommt direkt der OptiGriller. Ja, wirklich? Also der little bro scheint zu poppen. Aber du hast kein WLAN hier, ne? Ja, vielleicht kann ich das gut. Schlechtes Internet hier gerade. Ja, aber der grillt... Bruder, du kannst auf dem Opti... Jetzt klingt das, als würde ich es dir verkaufen wollen. Du kannst gerne mit meinem Code da einkaufen. Okay, wir haben hier... Bro, ist das wirklich wild. Grillgemüse im OptiGrill. Ja. Ich habe auf einem Berg geopti-Grill. Nein, nein, nein. Oh Gott. Wie hat der geopti-Grill geschrieben? Opti-Grill ist in Caps. Ich habe auf einem Berg geopti... Geopti-Grill? Ja. Ich habe Spencer Pfanne im OptiGrill. Country Potatoes One Pot aus dem OptiGrill. Zwei Sachen gleichzeitig in der Easy Fry. Okay, was ist das? Ofenkäsebrot im OptiGrill. Tuna Mell-Savage im OptiGrill. Spargelnudel One Pot in dem OptiGrill. Bruder, geh mal auf den Kanal, schau mal, wie lange der schon macht, Bro. Ich glaube, du kannst dich mal runterscrollen. Der also mindestens zwei, drei Jahre macht... Vor sieben Jahren hat er angefangen. Mit OptiGrill-Content? Mhm. Bruder, der Mann macht jede Woche oder jede zwei ein Video über OptiGrill. Und ihr fragt noch, ob ihr euch das kaufen sollt? Also ihr könnt mindestens siebenmal 52 Gerichte machen. Einer seiner erfolgreichsten Videos ist OptiGrill XL versus OptiGrill Elite. Ja. Holy shit. Ja, das kann ich mir vorstellen, Bro. Aber im Forum wird auch diskutiert, im Forum. Ja, der Elite, der heizt schneller auf bis 210 Grad. Sagt der andere, ja klar. Alter, es gibt Wachle-Klappen für den OptiGrill. Es gibt alles, Bruder. Es gibt Rührei, Spiegelei. Bro, ich brauchst du einen. Ich hab ein paar Sachen im Auto dabei, wenn du Bock hast. Wie so eine Tupper-Party. Hier so ein T-Bone-Steak, das sieht aus wie ein Schwanz. Im Funnel. Hier, das da unten? Ja. Das sieht aus wie ein Schwanz? T-Bone-Steak im T-Fall mit OptiGrill. Wie viele Klicks macht der? Bruder, sag mal, wie viele Klicks. Ja, also sein erfolgreichstes Video ist Big Mac Sandwich im OptiGrill. 1,4 Millionen Views. Ja. Was soll ich sagen, Bruder? Wir leben in Deutschland. Aber ich sag mal, also ich glaube, wir werden ihn nicht mehr so oft sehen, wie er auf dem Berg OptiGrillt. Weil? Das hat nach zwei Wochen nur 2000 Views bekommen. Während Grillgemüse im OptiGrill für 90K reingeknallt hat. Boah, weißt du warum? Der hat halt, glaube ich, eine Community, die wirklich rein für so Rezeptstuff da ist. Und dann sagen die jeweils, juckt mich auf den Berg, du Opfer. Zeig mir mal lieber einen geilen griechischen Hirtensalat. Ja, ja, voll. Zu dummes Sau, kommt vom Berg runter. Voll, voll. Wo neues Video, sagen die. Wo neues Grillgemüse-Rezept. Berg schön und gut, aber ich brauche ein neues Steak-Video. Ja, auf jeden Fall. Kauft dir mal den OptiGrillt. Ich werde mir das kaufen, ja. Ich werde jetzt Investitionen tätigen. Ich werde mir auch einen Dyson-Staubsauger kaufen. Boah. Nachdem Basti mich nach neun Jahren lang bemeckert, dass ich noch so einen alten Staubsauger habe. Aber Dyson finde ich, ich weiß nicht, Bro, ob ich es jemals übers Herz bringen werde, so einen zu kaufen. Es geht nicht um Dyson. Ich weiß nicht, ob es diese Firma wird. Ich meine einfach so einen, wo man den dann, den man einfach ohne Kabel, einen kabellosen einfach. Ja, weil diese Dinger gibt es halt schon für so 200 von so anderen Firmen. Nee, nee, mir ging es, ich meine jetzt, in meinem Kopf ist das so ein Dyson-Ding. Der diesen Sauger oben am Griff hat. Genau. Fährst du rum? Genau, wo man einfach so das Ding aus der Ladestation nimmt, dann dü-dü-dü und dann nimmt man irgendwann diese Kapsel raus, schmeißt die irgendwo hin und dann macht man eine neue. Ja, man leert einfach den Staub aus. Ja, das meine ich, genau. Ja, aber auf jeden Fall, Bro, dann haben wir uns da erstmal schön, ich dann halt auf vegetarisch, mir ein Pizza-Sandwich gezaubert. Das ist ja vielleicht auch nochmal was für den Opti-Griller, das kleine Inspo hier. Bisschen Tomatensauce. Pizza-Sandwich im Opti-Grill, frage ich zu sagen. Ja, fertig Tomatensauce. Dann einfach so eine, dann haben wir uns auch, boah, wir sind gestern so asozial gegangen. Warte mal, aber ihr habt dann Pecolini gefressen, eine Gustavo Rorante und dann nochmal Sandwich. Ja, und wir waren trotzdem nicht satt. Gestern war asozial. Gut, die ganze Arbeit hat ich hungrig gemacht. Ja, ja, aber auf jeden Fall haben wir dann, also wir sind richtig asozial gegangen, wir haben beim Sandwich-Käse, haben wir uns auch gar nicht lumpen lassen und haben diesen ultra-reudigen genommen. Nein. Doch. Diesen gelben? Ne, wir haben schon den von irgendwie dieser grünen, schon, wir haben so eine Marke genommen. Ja. Wir wollten erst den von Ja nehmen, dann dachten wir uns so, nee, das ist doch eine Nummer zu. Also einfach dieser klassische Toast-Hawaii-Käse. Ja, ich hab schon, ja. Diese viereckigen. Es sind so viereckige, äh, ah nee, never mind, wir haben den von Ja genommen. Wir haben den von Ja genommen, den richtig Billow-mäßigen, wo du so, wo du noch so aus jeder Plastik-Dings das rausnehmen musst. Ja. Wir haben wirklich das asozialste überhaupt genommen. Ey, ich sag ehrlich, guck mal, ich werde es nicht so tun, das fände ich den auch nicht geil. Ich finde den auch geil. Ja. Aber ich hab den schon so lange nicht mehr gegessen und irgendwie hat der so was Reudiges an sich. Ich weiß. Und genau da haben wir Bock drauf gegessen. Aber gut, du isst auch Schmelzkäse. Digga, chill mal jetzt. No joke, also chemisch ist das, glaube ich, das Gleiche. Warum gehst du jetzt auf Mutter direkt? Schmelzkäse hat mit Käse genauso viel zu tun, wie diese Scheiben mit Käse. Ja, maybe. Aber da steht Gouda drauf. So, denk mal drüber nach. Da steht, nee, wenn du ganz genau guckst, hier nämlich Gouda-Geschmack, Bro. Ja. Das ist nämlich einfach, da hat einfach ein Lebensmitteltechniker, hat es vor 20 Jahren mal hinbekommen, einfach ein Stück Fett nach Gouda aussehen und schmecken zu lassen. Da kann er sagen, Freunde, damit mag ich Millionen machen. Oh Mann, ey. Und dann machen wir das noch flüssig, so ein bisschen cremig in so eine scheiß Dose, nennen das Schmelzkäse und verkaufen das auch noch. Und wir verkaufen das dann irgendwelche Idioten. Ja, zehn Jahre später, Kevin Teller frisst ein Boot pro Tag. Bro, diese Lebensmittelfritzen sind sowieso ultra smart, ne? So, die machen einfach irgendwas, was so ähnlich ist wie Vanille und nennen es einfach Vanilla und man kann das einfach machen. Ja, weil die das Wort so umnennen. Ja, genau. Oder zum Beispiel, bei was gibt es das vor Ort, wenn die so vegane oder vegetarische Produkte machen und zum Beispiel die machen vegetarische Fischstäbchen. Wie Fischstäbchen oder so. Ja, oder die ändern halt dann Buchstaben im Ort. Oder ja, so Fischsticks mit Z und auf einmal kann man es machen. Genau, genau. Oder keine Ahnung, was gibt es da noch für ein Beispiel. Das ist halt so Leberwurst, aber die machen nicht Lebers, sondern L-E-V-E, habe ich schon mal gesehen. Die Leverkusen nur als Leberwurst, so auf denen. Oder irgendwie so Sachen. Einfach ein Wort ändern, ein Buchstaben, bumm, kannst du es machen. Ich will eine Rubrik einführen. Ja. Jobs, die ich gerne mal machen würde. Oh. Okay? Okay. Weil das haben wir schon ab und zu sowas wie LKW-Fahrer. Ja. Würde ich mal gerne so ein paar Monate machen. Ich und meinen Bock, ich mache mir schön mein Laptop dahin mit Serie. Ist mir egal, ob das illegal ist oder nicht. Und dann fahre ich einfach und bin einfach in Italien und lebe mein Leben. Okay, also wir reden jetzt so für so einen Monat mal. Genau, die ich gerne mal auschecken würde. Okay, ich wäre gerne mal für einen Monat in der Spieleentwicklung und würde gerne mal, es ist jetzt ein bisschen sehr spezifisch vielleicht und es ist jetzt auch eher was, wo man ein bisschen studiert haben muss und so. Aber ich wäre gerne mal, einen Monat wäre ich mal in so einem Team, also so stelle ich es mir in meinem Kopf vor, so ist es niemals in Real. Aber so, man kommt so Mottox auf Arbeit und man muss dann so mit seinen sechs Kollegen muss man den neuen World of Warcraft Raid planen. Was soll ich dir was sagen? Was? Ich glaube, die Realität sieht so aus, dass du Montag morgens reinkommst und bist da so ein Team von fünf Leuten und dann müsstest du für GTA 6 so ein Steindesign oder so ein Straßenschild. Stelle ich mir unfassbar geil vor. Ja? Ja. Ich würde, also es ist schon cool, aber ich würde, ich finde so ein Raidplan schon ein bisschen cooler. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber jetzt check ich. Also so oder so von Elden Ring oder so, vielleicht können da mehr Leute relaten. So eine Boss-Mechanik. Genau, genau so. Yo, wenn der irgendwie 30 Prozent HP hat, dann wird der so dreimal so groß und wir machen das aber eher so, dass es so aussieht, als würde der sterben und der Spieler denkt so, ich habe es geschafft. Und dann respawnt der so mit einem Feuerschwert und kann so dieselben Attacken von vorher, aber viel stärker und hinterlässt auf dem Boden irgendwie Flammen oder so. In diesem Kontext war es auch ein geiler Job, wenn ich glaube auch mal, also der interessant ist, es gibt ja auch wahrscheinlich Atzen halt zum Beispiel, sagt man, bei EA oder so, die dann halt hingehen und diese Sachen testen. Also die Entwickler machen so eine Woche lang zum Beispiel so einen Boss, mal so mit der vorläufigen Mechanik und dann muss es ja Atzen geben intern, die das dann spielen. Weil das werden ja nicht die Entwickler sein, oder? Die das dann selber testen? Maybe, maybe. Meinst du? Ja. Weil ich denke, dann gibt es vielleicht eher Spieler, wo die halt schon mega erfahren sind. Also ich glaube, sowohl als auch, sowohl als auch. Aber auch ein krasser Job. Du kommst so jede Woche rein und dann sagen die so, hey, hier ist so ein neuer Boss und dann feitest du ein bisschen und sagst so, ja okay, aber der hat voll den Weakpoint da und da. Das haben die vielleicht gar nicht dran gedacht, weißt du? Auch spannend. Was ich auf jeden Fall mal gerne machen würde, weil wir gerade gesagt haben, so Lebensmitteltechniker, sind so diese Atzen, die zum Beispiel, ich weiß nicht genau, wo die dann arbeiten, also ob die jetzt zum Beispiel direkt bei Pfanne arbeiten zum Beispiel oder halt bei so einem Hersteller oder irgendwo anders, aber so Atzen, die so Geschmäcker erfinden. Oh, okay, aber die so verschiedene Sachen zusammenmischen und dann so einen neuen Eistee-Geschmack versuchen oder sowas? Genau, zum Beispiel. Aber das ist ja nicht so, also ich glaube manchmal gibt es halt, es gibt so Hersteller, glaube ich, da kann dann Pfanne hingehen und sagen, wir wollen gern den Wassermelone-Geschmack Nummer drei und den Geschmack benutzen aber auch andere Firmen teilweise, kennt man ja. Manchmal hat man ja, man trinkt was und merkt, der schmeckt genau wie das oder das, dieser typische Heidelbeer-Geschmack. Aber was ich geil finde, weil es gibt manche Geschmäcker, die sind einfach schwer gut zu machen, zum Beispiel Wassermelone. Ich finde Himbeere ist einer der schwersten Geschmäcker, weil es so unfassbar penetrante die Fresse. Ja, genau, dass das nicht so dieses chemische Starke ist, sondern so natürlich, aber trotzdem noch genug Geschmack hat. Und da würde ich mich, aber das kannst du nicht nur einen Monat machen, aber ich würde mich auch bei so einem Job sehen, wo ich einfach so, wo so eine Firma zu mir kommt und sagt, du bist ein geiler Typ auf diesem Gebiet, wir geben dir fünf Jahre hier in unserem Labor, wir finanzieren das mäßig und du machst nur Forschung Himbeer-Geschmack. Ich glaube, als Kind fand ich das... Und dann bin ich da mit Pipetten, dampft und so. Dampf, Digga. Bruder, du sollst einfach nur ein Eisdienst machen. Alles, ich koche doch Pulver, alles. Ich mache Extrakte, Gase, Analyse, riechen, schmecken. Und dann komme ich rein mit dem Kittel und sage so, dann hat so eine studentische Ausbildung die ganze Nacht gearbeitet, weil ich mache da gerade an so einer Maschine, die muss man die ganze Zeit beobachten. Man muss die ganze Zeit dabei bleiben, ab und zu neue Tropfen rein und so. Ich komme so morgens rein, die sagt so, ich glaube, wir haben einen Durchbruch. Ich nehme Pipette, probiere. Explosion. Sag so, wir dürfen keinem erzählen, was hier gerade passiert ist. Hier drin ist der perfekte Himbeer-Geschmack. Stell dir vor, du hast das erfunden, Bro. Da bist du doch Millionär. Alle wollen das haben. Aber eigentlich dumm, dann direkt für eine Firma zu arbeiten. Ich würde dann lieber so selbstständig. Du klingst wie so ein böser Professor von so Phineas & Ferb oder so. Ich würde da Koks reinmachen, straight up, dass alle süchtig werden. Smart. Nein, wirklich. Stell dir vor, du hast wirklich einen Himbeer-Geschmack, den noch keiner geschafft hat. Bruder, da klopft doch Pfanner, Rauch, Nest-Tea oder wie auch die heißen. Alle, auch Energy-Dreams, alles klingelt da. Und du verkaufst das dann halt exklusiv an den teuersten Brot. Willst du mir sagen, du musst jemals in deinem Leben nochmal arbeiten? Wenn Nest-Tea oder, ich glaube, die gibt es nicht mehr, aber wenn jetzt Fused-Tea das schafft, der erste Eis ist zu sein, der wirklich zum Beispiel einen geilen Heidelbeer oder einen geilen Himbeer-Geschmack hat. Oder den besten, ja. Oder den besten, wo du es probierst. Und alle Leute sagen, ey Leute, wenn du Bock auf Wassermelone hast, musst du den nehmen. Und das ist ehrlich der Geilste, das wäre denen schon ein paar Millionen wert. Ja, auf jeden Fall. Locker. Weil die ja damit auch weit aus als ein paar Millionen. Ja, die werden wahrscheinlich im ersten Jahr schon das wieder drin haben, was sie dir zahlen. Würde ich gerne auf jeden Fall machen. Würde ich sagen, das wäre denen ein paar Millionen wert. Ein paar Millionen. Sorry. Me, ja. Ey, wollen wir diesen Kalender machen? Ja, stark. Welcher ist heute? Wir kommen zu, wann hast du zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Und hier ist aus irgendeinem Grund immer noch ein Louis-Freitag-Elevator-Boy-Sticker drauf, wo ich bis heute nicht weiß, woher. Ich glaube, den hat er sich drauf gesneakt. Ja. Ey, die Elevator-Boy ist eigentlich auch mal ein geiler Podcast-Gast. Müssen wir nächstes Mal machen, wenn wir in Berlin sind. Ist das ein Gast? Die Elevator-Boy? Ja, also halt. Die verschmelzen so zwei Personen. Ich weiß nicht, wie das ist. Das sind halt fünf Atzen, ne? Ich weiß nicht, wie. Dann sind wir sieben Leute. Das ist vielleicht ein bisschen dank. Aber wenn wir zwei oder so. Die müssen sich einfach abwechseln. Alle irgendwie 20 Minuten kommt ein Neuer oder so. Kommt ein Neuer. Welchen haben wir heute? 13. Äh, Juni? August? August? April, April. Juli, ne? Donnerstag, ja. Ja, Bro, what the fuck? Hast du schon mal nackt gebadet? Wo jetzt? Ja, safe. Also ich glaube, das ist jetzt schon im See gemeint, Bro. Ach, im See? In der Badewanne probably wieder. Nee, aber was ich jetzt gedacht habe, ist hier im Spa. So, wenn du im Saunabereich bist, dein Pool. Ah, okay, okay. Ja, würde ich auch zählen lassen. Aber im See? Ich weiß gar nicht. Ich glaube nicht. Ich schon. Also ich war mal in dem See von, also da, wo meine Mom wohnt, in dem Dorf. Da gibt es so einen See. Und das ist ziemlich geil, weil nachts steht der Mond meistens so, dass man so, man geht so rein. Es ist wirklich so, wie man sich das so in so einem Bild vorstellt, dass man so, man kurz so, also es war Nacht halt, und man kurz so auf den See und ist so, in der Mitte ist der Mond ganz, also so, ne? Boah, Alter. Und es war an dem Tag Vollmond. Und es spiegelt sich so im Wasser. Und es war sehr hell und spiegelt sich im Wasser, genau. Und es war alles so sehr symmetrisch, weißt du? Es war ultra geil. Und da war ich nacktbaden mal. Allein? Tatsächlich mit Vini. Ja. Was? Ja. Wann war das? Mit Vini und unseren damaligen Girlfriends war das, glaube ich. Das ist die most random Geschichte, die ich jemals gehört habe. Und Vini meinte dann so, ey, ich hab meine Hose ausgezogen und kam dann immer so auf uns zugeschwommen. Aber ihr hattet doch alle eure Hose ausgezogen? Ja, dann irgendwann schon, ja. Ach so, hattet ihr erst noch so Hosen an? Ja, ja, wir sind mit Klamotten reingegangen. Ah. Und haben die dann auch wieder ausgezogen. Also wir haben uns dann, wir haben quasi nur da ausgezogen im Wasser und sind dann wieder raus. Oh, und dann habt ihr sie im Wasser auch wieder angezogen? Ja, ja, genau. Oh, weil man sich ein bisschen geschämt hat vor der anderen. Ja, ja, ja. Ich war auch nochmal einmal so. Also ich war auf jeden Fall im Meer mal kurz nackt, aber ich bin nicht nackt rein. Ich hab mich halt auch im Meer einmal umgezogen, sag ich mal. Ja, okay. Ausgezogen, halt so bumsen. Früher, das kannst du doch nicht so kennenlernen. Ey, ist doch, ist doch, hab ich doch schon erzählt schon. Ja? Im Meer wurde einmal gebumst. Ist nicht, ist nicht geil. Empfehlenswert? Hab einmal gewichst im Meer und einfach gebumst. Wichsen war stressig, bumsen auch. Ich empfehle es euch nicht, macht das mal nicht. Oh mein Gott. Okay, haben wir eine Empfehlung der Woche? Boah. Ich sag ehrlich, ich hab gar nicht dran gedacht. Darf man was empfehlen, was man selber noch nicht gesehen hat, wo alle sagen, es ist geil und man will es unbedingt noch gucken? I guess, ja. Okay, dann hab ich eine Empfehlung und zwar... Oh, du bist gerade auf Spotify. Nein, nicht auf YouTube. Und zwar ist es eine 1 Stunde 30 Video von Eric Krankwist. Werden viele von euch wahrscheinlich schon kennen sogar, nicht die Typen, aber dieses Video. Der war drei Jahre im Wald, also gibt einfach einen Three Years Alone in the Forest. Der hat alleine im Wald für drei Jahre so ausreißermäßig oder so off the grid, würde man glaube ich auf Englisch sagen, so gelebt und hat dann so das alles dokumentiert. Hat der auch so mit Schelterbau oder hat der so ein Wohnwagen gehabt oder ein Haus? Ja, der hat sich ein Haus gebaut, Junge. Soll ich dir mal zeigen? Schick mal das Video. Unfassbar geil. Ich werd's noch im Stream gucken, auch jetzt so related zu Seven vs. Wild halt. Aber der hat sich so eine richtige, also hast du gerade hier gesehen, der Spoiler ist so ein bisschen... Das hat er gebaut? Ja, ja. Ja, Bullshit, wo ist das Glas her? Keine Ahnung, Bro, ich hab's noch nicht komplett geguckt, aber er hat's hier komplett... Hier, Handmade Windows steht hier sogar. Das Holz hat er gekauft. Ja, aber auf jeden Fall, also ich glaub, das ist ein unfassbar gutes Video, gerade wenn man sich jetzt so für dieses Survival-Zeug interessiert, aber wenn man sich dafür interessiert, hat man's vermutlich auch schon gesehen, also... Weiß ich nicht, nee, es gibt viele Sachen. Okay, aber three years... Gibt einfach ein three years alone in the woods oder alone in the cabin oder so, dann wird's kommen. Okay, 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 dann hau ich auch was raus, was ich noch nicht gesehen hab, aber was ich noch gucken will und wo alle auch sagen, dass es krass ist. Das geht auch in die Richtung Survival, das sollten wir auch noch schauen für Seven in the Wilds mäßig. Sally Bollywood. Was ist das? Kennst du das nicht? Sally Bollywood? Ja. Das klingt racist irgendwie. Nein, das ist so eine Inderin, das ist so eine Kinderserie. So wie bei uns sowas war wie Filmer oder so läuft das jetzt. Alle Kinder kennen das. Ach so, aber warum kennst du das? Also es war noch so an der Grenze zu, man sollte aufhören, Kindersachen zu gucken, aber man... Aber man hat auch ein bisschen Bock auch noch. Man guckt aber auch noch so, weißt du, man ist so 15 Jahre alt und guckt zu meinem Frühstück, guckt man so Radio oder sowas. Ja, okay, was? Ähm, die Serie heißt Alone, da werden so Teilnehmer ausgesetzt, also ähnlich wie Samus Wild, du wirst ausgesetzt. Ach so, ja, ja. Aber die machen das mit so 50, hast du schon mal gesehen schon mal? Nee, aber davon gehört. Wir müssen das schauen. Roatra hat das geschaut, er meint, wir müssen das anschauen, das ist geil. Die werden ausgesetzt, wie bei uns, ähm, und da ist aber das Prinzip anders, da hört das nicht nach einer gewissen Zeit auf, sondern das hört auf, wenn nur noch einer übrig ist. Also wenn alle anderen aufgegeben haben. Und ich glaube, ich glaube, es gab halt eine Staffel, da gibt's auch so einen Typ, der hat viele Podcasts auch und so gemacht, der hat, glaube ich, irgendwie 90 Tage oder irgendwie so, mehrere Monate auf jeden Fall, äh, war der halt dann draußen in der Wildnis, auch nur mit so drei, vier Gegenständen. Ähm, googelt das einfach mal, irgendwo auf so einem Streaming-Dienst könnt ihr euch das reinziehen. Äh, muss auch mega spannend sein und soll auch mega im Hype sein, weil Sebo, unser Survival-Guy, der hat das auch angesprochen, äh, dass das, das, das wieder so ein bisschen den Hype gebracht hat, alles. Ja, das ist crazy. Sollte auch alle einen in die Wildnis gehen und so. Ich kenne auf jeden Fall auch viele, also zum, ich glaube, ich kann das nicht sagen, Public, aber es gibt auf jeden Fall viele von diesen Survival-Artsen, die auch so Content machen, so mäßig wie, sagen wir mal, Sebo und so, diese Leute, die sich da auch voll drauf gerne bewerben und so, die da mitmachen wollen. Also das ist schon, das ist, glaube ich, so Seven vs. Wild für diese krassen Atzen. Ja, ja, ja. Also eine Stufe höher. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, sehr crazy. Zieh dich jetzt mal rein, Freunde. Geil, geil. Ähm, ja, ich wollte gerade announcen, dass wir jetzt am Wochenende im Wald sind, aber genau dann, wenn diese Folge runterkommt, sind wir aus dem Wald zurück. Ja. Haben vielleicht, sind vielleicht tot, wer weiß. Bro, das wird anstrengend. Aber das steht jetzt bei uns noch bevor, da werden wir euch nächste Woche auch davon ein bisschen erzählen, wie wir da unsere Erfahrungen machen. Wir werden jetzt unseren ersten richtigen, also Dominik hatte schon meinen ersten richtigen drei Tage, wir sind im Wald, äh, Trip machen, Erfahrungen machen, whatever. Mal auch einen Shelter bauen und so, das hab ich persönlich noch nicht gemacht. Hast du eine Ahnung, wie schlimm das wird? Ohne Essen? Ich stell mich auf sehr schlimm ein. Ja. Stell dich bitte auf das Schlimmste. Ja, mach ich, das mach ich. Äh, freu mich aber auch gleichzeitig. Also cool, aber nach einer Nacht war ich schon so, holy shit. Ja. Crazy. Ja, aber ich gehe so rein, dass ich denke, holy shit. Sehr gut, ja. Äh, und wenn's dann weniger schlimm ist, ist ja auch geil. Also wir gucken mal. Ähm, und da erzählen wir euch nächste Woche von, Freunde. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Jeden Sonntag immer 18 Uhr auf YouTube, auf Spotify, Apple Podcast, dieser allem, was ihr euch vorstellen könnt. Äh, danke für euren Support immer. Lass gerne einen Daumen nach oben auf die Folge, abonniere den Kanal. Lass eine Bewertung auf Spotify auch da, Freunde. Genau. Und schaltet nächste Woche wieder ein. Wenn's wieder heißt. Hore! 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 Ciao, ciao!